und die gegner wo den slow und ist zu schnell gekillt ich meine das ist eigentlich so gut oder wo denn jetzt machen wir gut schaden was ich eigentlich noch nie ausprobiert habe okay geht nicht ich wollte versuchen zu tanzen das habe ich halt noch nie ausprobiert wenn sie wie intensiv das glücksspiel heute bei nds ich muss erstmal geld haben geld kriege dann kann ich auch nicht glücksspiel also ich habe dreimal gespielt agent nafen ja dann weiß ich dass du das nicht mehr kriegst hier ist eine rosty lockbox warte mal kann ich aufmachen kann jeder kann ich glaube die kann sogar jeder aufmachen reduce utility cooldown ich habe noch kein ding aktuell das ist ein dash achso jetzt hast du zwei mehr jesus das wäre eigentlich sogar für mich eigentlich sogar sehr nice das ist für jeden die sache ist bei schädel einfach nur er kann jetzt klettern klettern du kannst du kommst an hohe orte ohne probleme weil du jetzt dreimal jumpen kannst klettern mit der schrift der schädel ich meine ich meine ja mit dem mit dem schiff wenn du nach oben drückt und dann der denn der ist dann gehst du ja nach oben was so kannst du jetzt doch einmal machen wenn das alles gechargt ist ich habe schon den vordergrund von hier ein feder ich nehme mal so gut hätte die jeweils ein eine sache die mich irgendwie ein bisschen schneller bzw mut wieder macht weil ich bin so klotz ach ja ich habe gerade an sich leckere item sie möchte nicht hergeben dann lass es am besten wenn du sie nicht hergeben willst du lass es ich gehe mal dahin ich weiß nicht will ich mein krück behalten oder attack speed das ist wichtig vor allem diese seite was ich gerade eben bekommen habe mal darauf abgesehen dass ich damit super cool aussehe ja ich weiß auch nicht was bei dir da falsch gelaufen ist kann ich nicht und sterbe ich meine ich weiß hier ist ein fuel cell falls wer ein item schon hat ich will ein fuel cell ich habe auf mir macht ja am meisten sinn ich habe zwei items schon und ich warte jetzt nur dass ich meine crowbar hier holen kann weil die macht die macht auf meinem laser dann super viel damage glücksspiel was ist das denn alles was mit cooldown die ist gut okay das ist eine ionkanone war das die die sonne die grüne blitzkugel schießt oder ja ja die schießt du am besten du gehst am besten weit von einem boss weg schießt die ab dann ist es wie die plasma spule in rettchen klink 3 die macht auf die macht auf dem weg schaden an allen gegnern an denen sie vorbei geht und der der getroffen wird bekommt einmal richtig fett schaden wer man poste gut trifft dann bekommt die gerne mal bis zu schaden wollen wir tauschen tauschen weil ich habe ich habe den schwarzen das schwarze loch oh ja doch gerne da kam ich dich dann komm her ich habe hier ich habe mir noch nennen extra dinge sobald ich genug geld habe mache ich das auf und dann auch und kriegst du den du die ds und ich krieg den danke dass ich hätte da doch pizza von die darum legen aktive items machen auf mir echt am meisten sind dass ich jetzt nur und ich habe jetzt im grünen genommen highlightern extra das war dieses ding was du entweder auf dir selbst oder auf andere anwenden kannst und es heilt dann einfach weiß kann überhaupt noch wer wo wo der teleporter jetzt ist wir hatten ihn ja schon ja jetzt um die ecke war doch an der an der kuh links welche kuh jetzt kommt ihr auf eine entscheidung gegen nachdem steht der entscheidende das jetzt mögen naja wenn ich die mögen bei ihm ich wollte gerade sagen die die kriegen nix aber ich schon aber genau in dem moment kommt karmann und sagt so ja weißt du was kriegst nix so viele mögliche glücksspiel schweiz ich brauch mal geld ich habe ein bug erwischt du hast einen käfer möchte ich meine welt feier tinktur was bringt die du setzt dich du setzt dich und feier und machst halt schaden an alle anderen rum dir selbst und den freunden ja das klingt nicht praktisch für mich das klingt für nahkämpfer elko blast richtig nice dafür braucht dafür braucht halt nur extrem viel noch region machen sobald er das hätte wäre halt interessant wollte halt diesen run machen so von wegen habe fünf luna items aber das item ist mountain challenge woher damit macht sagen ich habe große wusste ist kein bumm bumm da kann man das ding müssen wir jetzt so eine teleporter ja nein vielleicht ich hätte doch machen ich hätte das postal missile launcher ich finde die ich habe eigentlich ganz gut so ja nein bitte nicht bei das halte item ist für mich auch richtig von daher brauche ich dann aber ich sehe gerade er in die harten infusion ja ein bisschen einmal 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 will ich haben einmal hundert mehr dass ich meinen tank ist meine tank ist noch ein bisschen erhöhen kann und ich habe ich nehme ja sowieso nicht viele items momentan auf ja klar die gold kanonen klar ja das ist natürlich nicht na ich würde dann sagen viel kostet der schreien jetzt noch es geht wieder los mit den nummern alter kann sie ausschalten wenn ihr das zu viel ist alter diese ganzen kleinen beatles die jetzt immer mit den schilden sind reines am leben da ist sie diese feuer gegen ich hasse sie ja ich sehe da nur doch kein ja da für schädung oder karl eingepingt was haben wir denn für boss item so oft gekriegt noch gar keins guck mal oben auf dem hut die lebt ja noch moment und drei von den teilen ich nehme mir mal eins davon und eins davon mehr brauche ich nicht ich glaube ich überlasse euch die operieren in meinen greens gelernt musik machen weil ich glaube für mich als nahe kämpfe oder hat es überhaupt jetzt in ukulele ja solange sagen wir okulelen im team haben ist es ist gut weil je mehr blitze gleichzeitig kriegen desto besser ich gehe mal kurz zu dem glücksspiel schreien dann können wir uns weg teleportieren ok dann warte ich hier noch bis ich das aktiviere moment haben wir jetzt vier von diesen beatle guards ne 3 3 jesus beatle guard op wollte wollte hier nicht so jemanden reload magazine ja ich dann nimm dir dann nehme ich mir hier noch die ich gönn mir oh gut dass ich nachgeschaut habe hier ist noch eine große kiste äh oh das könnte ich auch nehmen ja das ist auf mich halt nicht so gut weil ich kredite nicht so oft ich mache fänden schaden ich kredite nicht einfach dreimal teleport zu haben ist so bescheuert ich bin einfach mal mega goku man check this out oh nice hier war noch eine kleine kiste fancy so fucking awesome ich glaube dass ich noch eine kiste ich habe schon zwei und dann auch noch eine whip also ich habe erstmal den speed wie ihr den habt glücksspiel fürs team naja das ist so wie das ist so wie die pille die pille danach die truhe danach so hat hat jetzt jeder alles ja ich bin da könnte ja loslegen ich habe noch eine feder gefunden hier mensch eddie dein roboter sieht mit dieser sonnenbrille richtig geil aus weißt du das ich liebe es das ist so toll oh wow alter wie die schon durchdrehen hier mal was spawnst du da drinne das funktioniert so nicht ich dachte so würde ich schneller werden oh ich kann hier sonnenbrillen eintauschen aber ich möchte ehrlich gesagt gar nichts eintauschen ähm sonnenbrillen sind ziemlich fancy wenn du nicht gute weiße items hast hier ist ne etwas teure was war noch mal der berserkers pauldron oh nice elko was ooooh take it take it ich kann mal ein bisschen gelb nicht ja wo ist sie wo ist sie wo ist sie äh hier ach so na dann auf gut glück scheiße du hast noch eine ukulele glaube ich nein nein habe ich nicht aber scheiß drauf ja komm das ding ist auf dir besser ja kill drei gegner von der leite wie schnell ich jetzt schon bin äh das war glaube ich was war nochmal bursting fungus äh pizza fungus von elko genannt äh mach das wenn du stehen bleibst äh dich heizt das passt nicht zu mir also falls wer haben will there you go ich glaube ich bin noch der der am meisten stehen bleibt hier ist noch einer äh fuck also hier ist vielleicht zwei äh shadow max mal kurz ja on the way ich hab hier that's a lot of bisons burn baby fungi 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 äh elko nicht die anderen töten bitte täucher dich ach die truße aufgemacht oh yes äh der schild ist gut auf dir weil du kannst im sprinten schießen ja eben das ist fancy glücksspiel flammenwerfer glücksspiel äh noch der syringe oh god ja mach syringe übrigens syringes cap nicht wie ich gelesen habe ich habe hier noch ein item für dich äh du hast nicht so viel on hit schaden wie du äh ach so du triffst öfter du triffst öfter als ich ich treffe eigentlich immer weil ich roaming hab ja nur äh ich äh ich schieße nicht so oft wie du du hast mehrere hits äh um deinen schaden zu machen ich mache ein shit sozusagen und die sache ist dieses run als band macht jetzt eine äh äh eis implosion im gegner äh eigentlich das könnten wir dem shadow auch holen könnten wenn wir in die wüste kommen halt ja wenn wir da hinkommen hat hier jemand schon hat jeder schon ein teddy ja also wie war das syringe stacken nicht äh syringe stacken bis maximal 13 äh Andy hast du schon ein teddy ein teddy habe ich ja mhm oh but i gained nothing oh but i gained nothing da nehm ich äh nehm ich mir lieber das back oh but i gained nothing äh hier ist bei du in der rusty look box dann öffne sie so müsstest sie auch öffnen können will einer von euch äh tors todesfick äh den nehm ich gerne hab ich gepinkt äh ich meine als magier äh und Andy was wolltest du gerade ich hab schon einen hast nichts besseres anzubieten meine ist glitzern oh geil ein schrein der uns töten äh combat shrine nice ja dann äh beschwör wieso teleport ist hier Andy es geht wieder los oh nein oh shit here we go again oh nein er hat schon wieder Transcendence gefunden yes her damit oh nein es fängt wieder an er hat sie aufgehoben ach so ach so du hast sie aufgenommen ja es geht wieder los Andy ja so lange lange du äh das könntest du auch gebrauchen äh scheiße das hier ja ah ja oh gott doch ein lunar hot was haben wir da oh shit gambling but i gained nothing oh doch i gained oder ähm dass das ding hälfte leben macht ja hälfte leben doppelten schaden okay das tut mir auch weh ja das sei denn das hatte ich ja einmal das ist oi 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 ja das kann nix sehr gut sein aber erst wenn du wirklich grad aufgebaut hast ja äh das ist ich dachte mit meinem schild würde ich das äh annulieren aber ne ne jetzt brauchst du unbedingt sehr viele äh schilde ja oh gott wird schon also personal shit generators für dich ganz viele hm oder weitere transzendenz oder infusion oder das oder das ja ja stimmt infusionen funktionieren ja komischerweise auch auf dir hm ich wurde grad von shadow eingeholt kunststück ich hab drei teleports äh ist da oben irgendwas ja hier ist ne sense ne die brauche ich nicht alle heil items sind auf mir jetzt wird es los ja tja ja dafür kann ich nicht bei einem fall der mensch der lust für eine lunacorn alle seine items äh zu schaffeln beziehungsweise zusammen zu fassen bock äh shadow hä hier ist doch was für dich hier denke ich lass mich raten ich bin jetzt am arscht halt ne doch nicht mhm 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 endlos achso endlos endlos sogar das was kept sind die äh sind die glasses weil äh die halt du kannst halt nur mehr zu nicht mehr als 100% crit rate haben ne ich habe irgendwo gelesen dass die äh siren risk of rain 1 risk of rain 1 risk of rain 1 aber nicht 2 jetzt kann man doch nochmal nen loner pot aufmachen äh 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 ähm nein danke nehm ich nicht nehm ich nicht nochmal ich glaube das würde ich nicht überleben ich habe auf der wiki extra nachgelegen ich glaube ich ne mal es ist endlos attack speed geht endlos scheinbar ja gut du kannst aber nur maximal äh mal 200% haben mhm deswegen ist ja das achievement du hast das maximalste an äh attack speed erreicht und dazu brauchst du nur 13 stück ja weißt du was wir ähm ich möchte gerne den äh shoppe ähm besuchen besuchen sobald wir hier äh sind okay dann machen wir das mhm weil ich möchte feuergegner aaaah wuuuuh weg da weg da weg da weg da ich haste den feuergegner ja wollen wir dann eigentlich mal den teleport aktivieren falls jemand weiß wo der ist ja keine ahnung hab ich dir jetzt hab ich dir jetzt weiter aktiviert wo ich dachte er wusste das was hast du gemacht Andy ich habe aus Versehen meine äh meine ultra äh Tesla Spule aus Versehen ähm hier zweimal procken lassen weil ich eher irgendwie mit äh Kuh verwechselt hab oder so wenn wir gegen die damer kanon hast du war nicht so fancy ich nicht machen wollen ich dachte er hatte den äh Teleporter schon ich sehe ja doch haben wir oder ist er wir haben ihn so ich hab ihn nie gesehen YGOMIKO 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 da oben ist noch eine Kiste die will ich mir noch schnell holen hier war sogar niemand ich find's auch geil wie der Teleporter im Boden und im Zaun hängt ja 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 ach komm besser als äh er sucht sich irgendwie einen Punkt der eben ist und der Rest des Witter dann halt ausgerichtet ja der Rest passiert halt äh hier ist ein Highlighter hm oh was haben wir da oh 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 das kann das könnte ich äh gut gebrauchen grad wo ich äh zu lowlife bin ich hab gerade meinen Gönnen Fungie hab ich eingetauscht für Glases ich wollte 8 Glases haben ich mach jetzt fast konstant ein Crit so du willst mal jetzt los du willst der Mega Streber sein du musst der allerstrebigste sein oh 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 boy easy ach hier ist ein Feuergegner dem ich kurz dann auf den Pilz drückt das ist nicht so schön hm hier sind so viele Feuergegner ich werde übrigens äh Feuergegner sind äh scheiße kacke okay hm die machen mega viel Schaden also wenn du später von einem Boss äh angegriffen ist der äh gleichzeitig feuer elementar ist äh verabschiede dich von deiner Lebensleiste der macht dann so ein äh ein äh diese Feuerticks 200 pro Sekunde oder so ach so das die also von Feuerbossen treffen außer du äh du hast äh irgendwie Transzendenz und noch und irgendwie ein Item dann kannst äh kannst du das annulieren äh ich würde sagen das war bei denen ich bin hier du bist du oh möglich haben wir da oh eine Corseslack will ich gib mir her dann kann ich bis ein bisschen schneller sein das ist keine Corseslack das ist ein Wachsquail ja ja ich verwechsel die beiden immer sie sehen beide aus wie Schnecken das eine ist ein Vogel äh ach so das ist ein Wachsquail ah ups irgendwie sieht das aus wie so eine äh wie so eine äh äh nacktschnecke das ist so ein bisschen oh hey geiger 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 ich habe eine ausgegeben damit wir zum Shop call ja gut ahh für mich ist der Shop halt ich hab noch keines wie ihn hhm wie viel hast du äh äh 3 oh jesus ich hab noch nen ziemlich weg vor dem Jahr er will der allerbeste sein Aber die trocken scheinbar ziemlich häufig im Multiplayer. Ja. Also allein jetzt in dem Moment habe ich zwei. Die Sache ist, mit jedem Spieler wird die Chance erhöht und mit jedem, oh Gott, sag schnell, mit jedem, mit jedem Gegner ist ja halt auch die Chance da. Das war nochmal dieser Schädel hier. Ich sehe gar nicht. Das will ich haben. Ich sehe gar nicht, was du da hast. Bei mir war nur ein Ding in Da und das habe ich mir geholt. Das ist doch der School of the Drown. Kill, reduce, equipment, cooldown. Nice. Ist das das Alien Head? Was ist das? Nein, nein, das ist kein Alien Head. Das ist ein anderer. Ich würde ihn auch gerne haben, aber ich sehe das Altar nicht. Ich sehe eben so nicht. Und ich sehe nicht mal die Items, die noch da drin sind. Oh, sorry. Wir werden gleich, glaube ich, ausgesperrt, oder? Nicht instant. Weil. Wenn es zu viel ist. Weil, ich habe jetzt das Item, was mein... Jetzt werden wir ausgesperrt. Ja. Schlecht mit deinem Proximal... Diesen grünen Laser. Der ist schlecht mit dir. Du vergisst, dass ich dazwischen wechseln kann. Ja, aber willst du dann nicht lieber zweimal den Blitz haben? Wollen wir warten wir jetzt? Wir kommen hier sowieso nicht. Tschüss, Andy. Tschüss. Goodbye. Er ist gerade gesprungen. Oh, boy. Oh, ja. Wenn ihr Fuel Cells findet. Meine. Na klar. Will haben. Und das hier noch. Wie viel kosten die? Äh, 3500. Ja, super. Greater Wisps. Uh, die sind fiest. Oh, nochmal Shrine of a Mountain. Oh, Gott. Ich will uns nicht... Ich will uns nicht tot sehen. Nein. Ich sehe jetzt schon... Ich sehe jetzt schon großen Wormi. Äh, sag mal... Wie viel Leben habt ihr so, Maximum? 1200. Äh, 496. Ego? Mit Schild 410. Wow, okay. Ich weiß nicht, wo Andy seine Leben her hat, aber... Ich bin Tanki ohnehin schon. Und dann kommt zwar auch noch hier die Enfisen dazu. Ah, okay. Gut. Das erklärt's. Weil obwohl ich... Äh... So viel Leben eingebüßt habe durch die... Äh, durch diesen... Äh... Durch dieses Glasfrags, Ben. Schild Glas? Ja. Trotzdem habe ich immer noch 505. Lol. Also ich kann immer noch was anrechnen. Kann ich auch noch ankommen. Ja, doch, nehm ich. Hm. Ich weiß, dass in diesem Schrein was drin ist. Ihr braucht gar nicht so tun, als ob da nichts drin wäre. Andy, you gained nothing. Ihr verdient zu wenig. Wenn wir genug verdienen, dann kriege ich da was raus. Dann verdient du mehr. Oh, Lois. Na, danke. Komisch, also ich habe das Allball aktiviert und bekomme was raus. Scheiß, es ist der Extreme Dinosaur. Er ist wieder da. Weil ich die ganzen... Weil ich die ganzen Scheißdinger schon rausgenommen habe. Ja, dann danke. Hast du das denn überhaupt da gekriegt? Armour Pacing? Nee, Energy Drink. Ja, Energy Drink hat's behalten. Hm. Fuel Cells. Ich will Fuel Cells. Ganz viele Fuel Cells. Ich mag das, was ich gerade bekomme. Ich bekomme Backup Magazins. Ich will mir auf jeden Fall nachher die Legendary Treasure-Kack dahin holen. Leben. Leben. Ich kann leben. Du bist ja gerade so am rumkrepeln, ne? Meins, 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 meins. Ich lebe. Okay, mal lange für den Start, mein Dude. Wollen wir einen dreifachen Mountain haben? Ja. Joa, komm, dann sterben wir halt, ne? Who cares? Komm raus. Ach, guck, hier ist noch eine Legendary Chest. Es gibt mindestens immer eine, aber... Und die ist in der Höhle. Komm, komm. Bisschen Geld noch. Ich sag, es ist, die sind halt schweinend teuer. Kann ich Ihnen was angucken und wenn du stirbst? Dankeschön. Oh, ich habe hier noch einen Combat-Schrein. Soll ich den aktivieren? Ja, machen wir. Wir brauchen Geld, also. Äh, Andy, hast du eigentlich das jetzt mit dem Dings freigeschaltet? Mit den Kramen? Ja, das hatte ich freigeschaltet. Wir haben nur irgendwie sechs, ähm, vier Stück oder so. Ich habe gehört, wir brauchen Fuel Cells. Yes! 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 Ich will einfach angucken und dann regeln, regnen Blitze. Hier, 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 hier. So, drei Fuel Cells. Stell mir gerade wirklich vor, wie, äh, wie Andy schreit, bei der Macht Tors und auf einmal Regnen Blitze. Äh, bei Tors Hammer, boom. Ich habe sechs Sekunden Cooldown auf meinem, äh, äh, Capacitator. Das ist schon nett, aber das kann noch, geht noch besser. Hm. Gott, was sind hier wenig Gegner gerade? Ich brauche mehr Geld. Mehr Geld. Viel Geld. Viel Geld. Ich muss irgendwas angucken, dann stirbt es. Wo ist es? Oh. Ich muss was angucken. Ich muss was angucken, Dan. Weißt du, wenn Blicke töten könnten, ne, Andy? Also, Fuel Cells sind für mich reserviert. Ich will sie. Dann droppe ich wenigstens für euch Heilung. Hm. Ja, das kannst du ja machen. Das ist ja völlig fliegt. Oh, Luna, Luna, ich habe keine Gewinze. Ich hätte. Oh. 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 Helmet! Ähm. Was, was genau macht die überhaupt? Ich habe sie bisher noch nicht aufgenommen. Das will ich, das wollte ich haben. Das hätte meinen Cooldown noch mehr gereduced. Ja, aber jetzt haben wir zwei, jetzt haben wir zwei Leute, die, äh, Dings einsetzen. Die ganze Zeit. Ach, hast du auch den Blitz? Ja. Doppel Thunder. Thunder. Oh, God. Jetzt sind wir zwei Blitze beschwörende, Leute. Jetzt geht's los. Komm, 200, dann habe ich eine, die eine Truhe schon. Okay. Echt, du hast schon. Oh, doch. Ja. Ja, ich hab's gleich fast. Ich meine, wenn wir den Boss machen, dann haben wir auf jeden Fall das Geld. Ich glaube, ich hab's jetzt, oder? Ach, ne, 35, mir fehlen noch 300. Hm. Shit. Ja, die kriegen wir auf jeden Fall, weil wir ja ein dreifacher Challenge of the Mountain, so wie ich das verstanden habe, machen würde. Ja, aber da brauchen wir denn alle für, also. Du hast das jetzt nicht angefangen, oder? Nein. Nein. Ich hab den Boss angeguckt. Ich hab den Boss angeguckt, der ist gestorben. So, jetzt habe ich hier eine offen. Ähm. Was ist drinne? Nochmal zwei Changes? Oh, oh. Teleporter Beception, Mann. Jetzt hab ich vier Teleports, nice. Zip. Ups, was auch. Das ist richtig, Elko. Und Zap, 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 Zap. Naja, er hat da drauf gespart. Ihnen gehört's jetzt. Ja, cool. Der nächste, der sich eine leisten kann, wäre wahrscheinlich Elko. Je nachdem. I see you, Zap. Ist halt wirklich so. Guck mal, hier ist noch mal Black Hole. Ne, das war der Black Hole von mir. Den, äh, den hatte ich wieder weggegeben. Will jemand noch Hoppo-Feder, weil ich brauch nicht zwei Stück. Das ist zu viel. Aber ich springe gern nochmal. Ja, 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 ja. Ach, da muss ich, da muss ich da rum. Hier rum. Wieso, kann ich nicht vernünftig ping, ey? Weiß nicht. Learn to ping. Jum, ist auf jeden Fall noch eine große Truhe. Hm. Ja, ihr könnt mal da drinnen. Noch ein Letten, das traue ich nicht. Nee, Elko, nehm du. Okay. Und hier ist noch ein Letten, derry. Habt ihr den Teleporter schon gefunden? Äh. Gesehen, ja. Gesehen, ja. Ich hab ihn gerade mal, noch mal gekriegt. Ich hab ihn gerade noch eins. Oh mein Gott. Also, ich fang auf jeden Fall den Teleporter nicht alleine an, wo wir dreimal, ne? Ja, dreimal. Du bist ja nie alleine. Wir sind ja hier auf einer kleinen... Ja, kleine, wo bist du denn gerade? Da, dann komm ich mal runter und guck mal auf den Boden, damit ich nichts töte. Andy ist beschämt. Beschämt, robot. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ach, lass uns einfach den Teleporter machen, dann hat Elko. Und ich wahrscheinlich auch genügend Geld. Ja. Sind da. Manu, geh auf mich anzugreifen, ich muss euch angucken. Hört auf mich anzugreifen, ich muss euch angucken. Uff, Overloading, warum, das wird böse? Das wird böse. Äh, Leute, lauft. Wow. Die muss rennen. Mein Gott, ich sehe gerade nur, I see Blackness. Ja, ja, das ist so mein Tegos. Weißt du, der, äh, der Feuerwurm, der normale Wurm, der ist ja, der macht ja so alles hell. Er macht alles dunkel. Ah, nice. So, fuck. Thank you. Gut, dass ich 10.000 Flashes hab. Ja. Gott, der, alter, what the fuck. Macht mit dem überhaupt richtig Damage? Äh, ja. Ja, mach mit dem so gut wie ein Viertel. Ich muss den Augen, ich muss ihn angucken, irgendwann stirbt da. Thunderstruck! Das ist halt so, dass es hier keine Immunität gegen bestimmte Elemente oder so gibt, also... Oh mein Gott, ich krieg grad hier leicht Nausia. Was? Alter, diese Blitze. Alter, Jesus! Doch, die in einem Gewitter gestanden. Das ist in der Regel nicht so mein Hobby. Au. Abstand. Wo ist das? Na komm, es ist vorbei. Au, ja. Ha. Komm, 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 ja, mein Noah. Komm, komm, ja. Komm, ba, la, 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 la. 10 Flashes zu haben ist echt praktisch. Hm. Aua, 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 ich hasse, ich hasse Dinos, ich hasse Dinos, aua, ich sterbe, glaub ich. Aua. Äh, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich zieh dich natürlich. Ich muss fliehen. Tuen sie das. Okay, ich hab wieder Leben. Nice. Ich stelle es einfach mal quer durch die Höhle, es passt einfach. Hm. Ja, ich, ich guck, du könntest zwar um mich rum alles killen, dass ich mich einfach wirklich mit meinem Sichtkontakt komplett nur auf den Boss konzentrieren kann. Kann ich versuchen, ich kann es nicht versprechen, okay? Was macht der eigentlich dahinten? Momentan ist echt... Äh, überleben, Bosse killen. Ich guck den Boss an, damit mein Blitz bei ihm einschlägt. Weißt du, äh, du, äh, du greifst, äh, äh, Thunder Worm an, mit Thunder. Äh, ich hätte nachfragen deine Logik. Er ist erst nicht, äh, er ist nicht ihm nun dagegen, er ist, äh... Das ist mir klar. Das ist das selber, als würde ich ihn mit meinen Kugeln angreifen. Oh, jetzt kommt er zu mir, der hat mich gewittert, der Arsch. Oh, der hat mich gewittert. Oh Gott. Hm. Hat er immer was von Gewitter gesagt? Oh. Oh, boys. Puh, ho, 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 ho. Äh, wir haben hier halt ein Analgewitter gerade. Äh... Ach so. Der... Der Wurm setzt halt gerne Dünnerblitz ein. Moment, sind das zwei? Nein, nein. Doch ist das einer. Es können zwei werden. Später zumindest Ja, später mindestens Äh, Andy, ich glaube, der mag dich Ja, deshalb Verziehe ich mich ja schon auf die andere Seite Der, äh, Arena Alter Ey, jetzt hat er mich gewinntet Wow Okay Shadow, lauf Ich bin einfach weg und dash wie so ein Wahnsinniger Äh, Shadow Kleider-Tipp Dash Wir haben ihn fast Boah, ich seh nix Es ist so dunkel Ah, cool Ich hab ein achievement irgendwie Ähm Wer tötet oft Äh Hier sind gefühlt 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Willow Wisps Ach Gott Die hab ich alle gekillt, sorry Achso, die Willow Wisps Das Item Das nix plötzlich das Item Oh, wow Oh, will her, will her, will her, will her, will her Oh Gott Ich will aber auch welche Ich mein, bei mir passt das auch so ein bisschen Ja, das stimmt Bei euch beiden passt das Warte mal, wie viele sind das? 16 Du nimmst 8, ich nimm 8 Ich diskutiere jetzt nicht mehr Fuck jetzt Oh, wow Äh, Shadow noch ein und Eddie dann den Rest Ich hab 8 Hast du ne, ich hab 7, warte Ah, sonst nimm du den Rest in dir Das passt Da ist noch einer, da ist noch einer Oder so Oder so Das lässt er sich nicht Sorry, aber wenn man mir Willow Wisp anbietet Eins meiner Lieblings-Items Das, da frag ich nicht lange Ich komme langsam dem Bild entgegen, das ich haben will Genau das passiert da nämlich Ich gucke etwas an und aus Nicht aktivieren Nicht aktivieren Ich soll den Teleporter aktivieren? Nein, 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 nein Legendaries Also ich hab gehört, ich soll den Nächste Stage, ne? Nein Soll ich die nehmen? Soll ich die nehmen? Äh, das war, das war dieses Du wirst geheilt und du hast einen blauen, äh, grünen Feuer-Dämon Den du portest Hat jemand noch 100 Geld über? Äh Also ich hab 4200 Geld Warum, was brauchst du? Ähm Ne, egal Ich nehm das, weil Ja, du hast es auch gekauft Ne, die Sache ist, das Wake of Virtus ist eigentlich schlecht Weil es gibt einen Effekt Es gibt einen Effekt, der, äh, von den blauen Viechern, die ja so eine halbe, äh, Schildleiste haben Und wenn du diesen Effekt dann bekommst, was die Wake of Virtus macht Also du bekommst den Effekt der Elite-Gegner Dann, äh, wird deine HP halbiert Äh, wird Schild umgewandelt Aber du bekommst den Schild, äh, an Teil der HP nicht wieder Äh Worox, Worox, du, äh, du, äh, Worox, äh, ich, äh, ich versuche gerade ein bestimmtes Bild zu erreichen Und wenn, äh, wenn das funktioniert, dann ist wirklich mein Blick tötet Alles auf der Map Sag mal, wenn du Willow Whisp hast Wird's, äh, äh, äh Geht sich das dann auch auf deinen Royal Capacitator aus? Deshalb baue ich da drauf Es geht Oh Gott Ja, ich, ich will, ich will, äh, ich will jetzt Fuel, so viele Fuel Cells haben Dass mein Royal Capacitator konstant abgeht Also wirklich, ich brauche nur was, nur noch gucken Ich brauche nicht mehr schießen, nur noch gucken, nur noch Und alles explodiert Hier oben wäre doch ein Legendary Wie viel kostet die? Äh, 3500 Hab ich Ich habe jetzt nämlich gerade Zeug, äh, für anderes Zeug ausgegeben Ich hab 4.210 Mhm Ich muss nur mal, ich muss nur da rumheben kommen Ist das gerade nur bei mir so, oder klingt Andy ein bisschen Metall, ne? Echt? Mhm Ich glaube, das ist vielleicht nur bei mir so Wo denn? Nee, also Äh, da Diese Teleporter-Fähigkeit, ey, so süchtig Oh, fuck, fuck, fuck Und es ist Bitte kein Vultures Oh, Dio, ja Wow, ab mir Da erst mal den Stand Dio, gib mir Dio Dio, Bruno da Mehr brauchen wir nicht Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles Danke Weil für eine Legendary haben wir nicht mehr Das ist eins der Features, die ich eigentlich, äh, zu Risk of Rain 2 noch, äh, geedit haben will Ein Ready-System Das ist einfach, dass du einfach, äh, einen Teleporter aktivierst und dann einfach, äh Hm, hi Tschüss Alter, deleted Ja, das macht jetzt Andy auch Er deletet So, äh, Fuel Sales Die wir sollen auch mal haben Mein, mein, mein Bild, dein Bild braucht jetzt nur noch Fuel Sales Weißt du, das habe ich schon das in dem einen Run gehabt Einfach Andy war super OP und ich stand irgendwie daneben Naja, das hat Andy aber auch, äh, bei uns beiden, als wir mal, äh So einzig gespielt haben Gut aus Da war bei mir die Sache Ich hatte halt auch, äh, dieses Transzendenz Ich hatte halt dieses Schildleben Und ich habe aber wenig Schaden von allem bekommen Selbst Feuer hat mir wenig Schaden gemacht Und Andy war dann irgendwann so Sehr merkwürdig war Ja Ich war salty plus irgendwann, äh, nach der dritten Stage, wo ich einfach am Anfang gestorben bin Und dann nichts machen konnte Dann, da war ich dann irgendwie auch so ein bisschen so Oh, äh, jetzt wollte ich auch nicht mehr weitermachen Ja Weil ihr habt hier, ich war einfach nur noch Deadweight auf dem Proben Oh nein, du warst Nero Ja, wir haben halt versucht, ihn noch hochzuheben, aber, äh Naja Ich bin einfach gestorben, als mich irgendwas angeguckt hat am Ende Oh, wer muss schon In dem ich Leute, in dem ich Sachen angucke Weil, äh, jetzt machst du Münze für Münze, ne? Hm, genau das Jetzt, äh, jetzt willst du die Gegner töten, wenn du sie anguckst Aua Scheiße Ich wollte ein Geldpott, der neben dem Shop lag, aufnehmen, aber dann hab ich auch schon den Shop Ja Also hier beim Teleporter ist ein, äh, eine Sentry, die mach ich mal an Ja, das ist keine schlechte Idee Ja, kann man ab und zu Kann man ja ab und zu Oh, nice Oh, hi Ich hieß noch eine Sentry Dann scheint sie an Also, also, ich hab gerade noch nicht das Geld, aber ich mach das gleich Oh, Lona, komm Der Reporter dürfte gleich easy werden Du bist in der Konfession, oder? Hä, wo, wo? Ah, direkt in den hier Oh Warte mal, das ist jetzt Stage, äh, sind wir Stage 4? 5 Ah, 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5 Hölle ist immer 4 Hölle ist immer dein Vater Ain't nothing But you gained nothing Kannst du dir sozusagen so denken Äh, das Archivbild besagt, du sollst bis, äh, stufe 20 kommen, ne? Also bis zur Runde 20 Kannst du es dir so denken, 4, 8, 12, 16, 20 Das heißt, du musst das Ganze 5 mal, äh, durchziehen, hier Ja, Hölle müssen wir 5 mal finden Hm Ich hab dich angeguckt, du bist tot Ha, ha, ha Ha, ha Oh, 600, Jesus Habt ihr denn mit dem, äh, Shrine of the Dingens hier mal Die gibt es geschmeit Einiges Einiges Meister, ich tue einfach das, was Shadow, äh, mitbringt Boa, was das denn? Was ist das denn? Das macht das, wenn du, äh, critterst Du, äh, hast, äh, kannst, bist du 3 Stacks bekommen Je mehr, äh, je mehr Stacks du hast, desto schneller greifst du an sick das willst du als anderes ich nehme das da vorher wächst natürlich auch geilen das medikett hätte ich nicht gebraucht also wenn noch einer 1000 euro übrig hat dollar da ist ein glücksspielstein mit eurem namen drauf habe ich nicht seit wann haben wir den boss hier damit sonst teleporter ja ich glaube wir haben schon alles ja ist der ding ist noch da ein einer der beatle guards der schreie der schreie ist er noch da hat ja der ist doch wenn auf dem weg 1300 jetzt sind es 1819 jesus christ was habt ihr für ein pech das wird jetzt auf jeden fall alle dieses Prozent ist es machte er schief wird mhm auch mal auch mal ich habe nicht genug Geld Moment wie viel hast du ja hast ja jetzt hast du jetzt kostet es 2.500 aber das machen wir wahrscheinlich nach dem nach dem teleporter boss ja ups ups entschuldigung ich habe es angeguckt na dann I watched it I watched it check the world Spawn mal den boss Andy hat so viel porn geguckt dass er jetzt schon beim Blick töten kann die kreaturen sterben vor ihr erregung Leiiiib! Ah! Hehehe Au Ähm, wo ist der andere? Da Woaa! Oh, Kahl kriege ich das eigentlich schon wieder hin? Das wär's ey! Ne, ich krieg mein Teleport noch nicht hin Ja Und jetzt? Ne Ok, ne, ich muss erst mal, ich muss noch das eine Item finden, dann kann ich teleporten Hehehe You got teleport Ja, hier ist doch ne Wachsie, wo wir eine haben will Ja, ich brauch sie nicht mehr Unsatisfied Mhm Ja, ich brauch ein anderes Item, damit ich teleporten kann Mhm Ach, die Lebensleiste da links ist noch gar nichts Sobald mein Build fertig ist und wir das Backup finden, dann Äh Dann Lacht ihr über die Lebensleiste, dann sagt ihr auch Die gute alte Zeit, wo die Lebensleiste noch Äh, nicht gebackt war Mhm So, Teleporter gleich aktiviert, aber noch nicht porten, bitte, weil ich will den Glücksfühlschrank aktivieren Mhm Und Let's a go Äh Hehehe Alter, Sharo, was Äh, was But you gained nothing Jetzt kommen keine Äh Also wenn wir jetzt nicht irgendwie noch 250 Kohle machen, durch Äh, durch Gegner, die noch da sind Dann können wir den nicht mehr verwenden But you gained nothing Äh, hehehe Lass das Glücksspiel zum Glück Lass das Glücksspiel den Glücksspiel-Profi Ja Hättest auch Probleme gehabt Ja Alter, ich find's einfach geil, wie wir so ne, so ne Pollenarmee von Drohnen haben Mhm Mhm Plus BeetleGards Die BeetleGards sind auf jeden Fall das Beste Weil die sind Ungefassbar stark Wenn sie sich nicht gerade an Glücksspiel-Schreien festpacken Naja, also Jetzt ist nichts mehr da, jetzt können wir weiter gehen Äh Außer es hat noch jemand ne Kiste, die Nö Äh, 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 äh Schwing So, nach dem Run muss ich aber einmal kurz runter Hm Wäsche fertig machen Oh Nice Jetzt haben wir die, diesen Gebiet Wow Ja, äh Uh Das ist Sertow Ui Ja Oh ja, geil Ich hab ja wenig Äh Es gibt so, äh, Druckplatten, die sind so ein bisschen ähnlich gefärbt wie der Sand hier Ja Äh Suchen Äh Ansagen Äh Äh Draufstellen, wenn wir, äh, wenn wir fertig sind mit dem Boss Okay Weil die brauchen wir, um die Tür zu öffnen Hm Druckplatten 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 Hm Eine hab ich schon gefunden übrigens, die ist bei mir Die sehen Kreis, also ist einfach wirklich eine Druckplatte, die sieht einfach kreisrund, sandfarben, sandsteinartig Ja Hm Hm Schero Herr damit, 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 Herr... Hel... Äh Ich könnte aber ohne Witz auch etwas davon gebrauchen, so wenig lehme ich ab Äh, ja, nur, äh, für dich, äh, du hast noch andere Heilquellen ja ich habe hier gefunden hast du dir gefunden weil ich hier ist eine weil ich dann habe wir beide kommen die schon mal aktivieren ja dann stelle mich gleich drauf bist du bereit wird dann stelle ich drauf ich bin gleich da oder oder kann ich mich nicht drauf stellen weil er die leiche ist nie durchgleichen kann man durchgehen ja hier ist eine luna kräftig gerade nicht dann stellt man das dann auch bei er die gerade steht ja ich stehe auch da drauf die will nicht du bist ein zweiter noch ein bisschen geist von dem burs vielleicht funktioniert sie auch erst nachdem man den teleporter gemacht hat oder vor wo ist sie denn das sind eine menge die wäre hier genau genau hier nein da ist bei mir nichts oh mein ja das wird leicht das wird witzig was haben wir da denn toll hält oder darf nur einfach nicht aufhören zu sprinten ja und stop running das kann sein obwohl ich habe ich habe auch mal gestanden ich habe eine gefunden da wo ihr sagt habe ich keine gesehen ist gerade einer meiner nähe nö wieso wirklich das ist gut elko kannst du mal kurz herkommen zu mir nur mal mit ach schön einfach sachen angucken und dann alles wieder schön so muss das oh stimmt ja ich darf ja nicht wechseln und schließe hier meine ultra kanone so 962 macht mal einer geld danke macht mal einer geld äh elko hm ist hier bei dir eine druckplatte hm ja die ich aber nicht aktivieren kann bei mir aktivierst du sie gerade gut dann äh warten wir einfach ab bis äh wir den boss gemacht haben dann gucken wir einfach nochmal mhm müssten wir jetzt vier aktivieren weil wir äh nein nein wir hätten vorhin doch auch nur zwei äh drauf stehen müssen genau also vielleicht wahrscheinlich ist es halt einfach du musst erst den äh teleporten geschafft haben würde auch sinn machen weil dann äh hast du ja erst überhaupt zeit das das oder ist es wirks ein acle okay warum ah kann sein dass die eine neid weil keine richtige druckplatte weil hier sehr sich jetzt gerade noch eine dritte doch eine dritte jetzt doch ich würde sagen wir aktivieren den teleporter aber halt nicht durch die durch das portal den blazing sofort fokussen und meiden wie sonst was der laser wird dich schmelzen okay ich muss mich gerade vor gegner verteidigen ich bin auf der hälfte leben und er hat mich irgendwie nur zweimal mit seinem laser getroffen ich muss ja erst mal ein bisschen weg bleiben da wollte eben ein laser auf mich ich laufe hier und die leute noch seid ihr alle trug in dem was sie nicht angeguckt Der fucking Laser war grad schuld Du triffst den Boden gerne Oh boy Ja guck's dir an wie ich schmelze Und der hat mich nur mit seiner Feuerfaust getroffen Wenn ich die ganzen Teddys nicht hätte Wäre ich tot Ich hasse Ich hasse den Boss dafür Der Boss ist einfach so Erst im nächsten Update bekommen wir die Revanche Den 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 Nee, Feuer schauen, Feuer schauen, Feuer schauen, Feuer schauen, Feuer schauen, Feuer schauen. Gute Sache ist, er bekommt halt immer auch seinen Beetle Guard wieder, ne? Aber alle unsere Drohnen sind auch tot, ne? Also bis auf vier. Ja, eine Gunner-Drone, die ihn beschützen kann. Die gibt's ihm jetzt. Ja, weißt du? Wie so'n Windion, ne? Ja. Oh, der wird treffen! Äh, hat der getroffen? Hat er auch. Jetzt müssen wir aber gerade auf andere Sachen konzentrieren, die hinter mir hier abgehen. Die Gegner kommen ihm halt gerne von hinten. Irgendwann hören sie auf Zugspawn, das weiß ich. Äh. Ja, da war ein Kleinviech entgegen. Ähm, Andy, bald ist der Stein für dich nutzlos. Ich weiß. Ich weiß. Jesus fucking Christ, would you stop spawning? Nö. Hey, wenigstens heilt sich der Typ nicht. Ich mach das mal was anderes, da war der Keter-Auerzeug. Äh. Äh. Das war nicht der Blazing. Ich weiß nicht, wer das war, aber... Das war normaler, das war ebenso ein normaler, den wir aber auch töten müssen. Ja. Wegen dem... Das geht sich ab und ziehen an meine Ultrakugel Missfire, da kriegt man ihn nichts. Äh. Ich glaube, Shell, du kannst gerade erst mal auf K gehen. Äh. Ne, noch... Also ein bisschen dauert es noch, also... Oh, oh. Das war knapp. Ich meine, den Laser auf ihn gesehen zu haben. Mhm. Ja, war auch. Aber der... Mein... Mein... Mein Teddy. Ein Teddy-MVP. Ja, da ist der... Der Feuer dahinter. Meine Fresse, würdet ihr aufhören, mir in den Rücken zu schießen? Oh, wow. Gangbang. Äh. Wie hast du dich denn da jetzt rausgeglitscht? Gar nicht. Er ist rausgefahren. Ja. Das sah gerade ganz merkwürdig bei mir aus. So, jetzt wird der... So, ein hat er. Ja, bei dem einen war ja auch der Laser nicht so schlimm. Hm. Oh, oh. Der Laser. Uh. Das ist doch safe. Das war doch safe. Oh nein. Vorsicht, Faust. Die Faust ist schon drin. Doktor Faust ist so real. Real Madrid und so. Real Madrid und so. Real Madrid und so. Real auf Fußballern. Reuzen. Ja, die geht an dir vorbei. Gut. Ja, ein paar... Immerhin. Macht trotzdem Schaden. Mach trotzdem Schaden. Fanda! Oh! 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 He doesn't give a shit! Oh! 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 Schroom! Ich glaube du stirbst trotzdem! Nein! Nein! Schroomy hilft! Oh! Oh! Meine Fresse! Lässt du mich mal in Ruhe! Bewege dich mal lieber! Ich habe das Gefühl, der schlägt ein Level dazu! Der macht das irgendwie gefühlt jede 10 Sekunde! I've been in this place before! Du musst ihn doch jetzt nur noch angucken! Guck ihn an! Ja! Säule! Ich guck ihn an! Es hilft auch nicht, dass ich gerade Banjo-Kazooie-Strandmucke anhabe! Oh! Der geht! Der geht gut! Nein! Er ist gesidestappt! Aber wenigstens Damage! Er hat den Dio gemacht! Oh! Dead and Child! Du fandst den ersten oder den Evil-Realfilm gut? Unbeliebte Meinung, aber es ist eine Meinung! Ja! Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn schrecklich! Javu! I've been in this place before! Fuck you! So, was kriege ich denn? Weil ihr alle tot seid! Alter! Oh, hier sind sie! Und leider können wir ja die Tür nicht aufmachen! Das könnte ich so gut gebrauchen! Äh, er könnte die Tür aufmachen! In der Theorie! Ist die Tür denn offen? Äh! Sieht nicht so aus! Ne! Doch ist sie! Doch, Leute! Da habe ich schon! Bei mir sieht das zu aus! Bei mir auch! Also mir... Aber ehrlich gesagt ist mir das zu riskant! Bin ich ganz ehrlich! Weil das ist ein Blazing und ein Freeze-Gegner! Äh! Ja, aber du hast einen Blitz! Und das sind keine Bosse! Die halten mich nicht aus! Ich kann diese gerne einmal kurz angucken zur Testphase, aber... Ich möcht sowieso sehen, wie du durch die Tür morphst, bei mir! Ja... Ne! Ne, bei mir kommst du nicht durch, what the fuck! Äh... Bei mir ist er durchgekommen! Bei mir gaggt er sich gerade in die Tür rein! Bei mir nicht erst durchgekommen! Die Bosse spawnen nicht für mich! du hast gerade die tür versuchst da irgendwie durchzukommen aber du kannst nicht jetzt gerade ich glaube die spiel hat aufgegeben jetzt die andere seite gut und raus ich glaube ich glaube weil das bei shadow bei mir nicht aktiv war sind auch natürlich die bosse nicht gespawnt dahinten waren wohl noch ein paar gegner wo sind denn meine freunde ich lebe ich lebe hello oh oh feuer ja wir werden alle sterben oh wow wo ist das denn was der ist denn wenn ihr mir nur mehr fuel cells gebt kann das konstant werden wenn es weiter nichts ist verteilt hat er an die will will fuel cells gmi fuel cells der celestial orb kommt und crowbars sollen wir schon den nächsten charakter ermöglichen wer cool dann haben wir damit aber auch den run ganz ehrlich wir haben mit meinem setup gerade die chance 20 runden zu kriegen das wäre das andere das wäre einfach nur für ein item schieben ja aber ich meine ich muss sowieso noch luna coins sammeln also von daher kann auch das machen ja ja was ist mit deiner wäsche sie wird jetzt nicht verorten ob du kommst dort an wo ist meine wäsche ja die ist gestorben ja die ist gestorben ja die ist gestorben ja die ist alleine aufgehangen ja ja ich habe sie schon eingepickt ich weiß oh je das ist jetzt mein kanister hier und hier drin bleibe ich bis es mir wieder gut geht ja ich komm kuscheln ja nein oh fuck hot und spicy hart und feucht ja natürlich gerade 3d peter wäre gerade meine lebenswert äh das sind viele golems wo ja ich hab grad gesehen die alle auf einmal gespawnt sind ich dachte oh what feuerfriss ich bin um mein leben gechargt moment ist einer tot nö ich bin noch weggekommen mit dem leben gut weil ich hatte so viel gestorben äh ich hab hier pilze oh sollte tot sein ich hab äh hauptsache viel lister gezündet ich hatte keine sicht sorry leute ich hatte keine sicht drauf ja ich hab hier ich hab hier zwei aile items bei mir äh moment ist das lit oh ja oh ja oh ja das brauche ich und ich stehe ich stehe einfach mal hier oben und äh guck mal hier die sachen an die die hier ist vorne ja ich stehe mal noch mit kleinen Raketen oder hörte mal vor die container komm ich kann so nicht killen ich kann so nicht killen ich kann so nicht sehen warum musst du was sehen ich muss töten warum musst du töten denn den alten oh geil ich hab den teleporter gefunden äh stolz ich hab hier zwei äh funguse gepinkt ups ja hm könnte ich ja mal nehmen da ist bei uns ein mad kill was jemand haben kann da ist bei uns ein mad kill was jemand haben kann alter kann ich mal gebrauchen noch mehr äh ich wollte irgendwie lanza break ich brauch echt mehr ähm willow wisps noch ich mach noch zu wenig schaden mit meiner explosion hm jesus christ we feel like you juggles bent no ah ups ja da bin ich gerade von von hier gedriftet gedriftet gut ja da wollte ich so ein key slowly drifting oh hier hat wer eine rustic key ah ne ich hatte so ein oh nein weg ich hab noch zwei zwei hm hm also rustic keys hab ich noch zwei ich würd euch raten hier euch äh quit glasses zu machen mindestens zehn damit ihr einfach konstant okay ich bin tot ähm was ist passiert man hat mich angeguckt wow äh ich hab mich hat so ein golem angeguckt auf einmal bin ich durch die gegend geragdollt Uff Okay, Andy ist kein Golem Er sieht so ein bisschen aus wie ein Golem Es ist es, nein Oh, fuck Ey, acht auf deine Wortwahl Fuck, sorry This is a Christian server, so no swearing Immer wenn ich das hören muss, ich an diesen muskulösen Winnie der Puber denken Was? This is a Christian server und dann dieser muskulöse Winnie der Puber Ja, so no swearing Okay Ich will Fuel Cells Alter Ich hab noch zu viel cooldown auf meinem Coup Auf deine Coup Flöde Coup Wer hat mich attackiert? Hier? Du? Hä? Hast du mich angeguckt? Hm Wie wäre der Teleporter? Oh fuck Ja, wir haben eh keine Items mehr Irgendwie Habt ihr den Glücksspiel, Alter, oben auf der, ähm Ich hab's versucht, ich hab's nicht gewonnen Hui Hä, was? Und er kostet jetzt 5000 Ich hätte genug Da ist wahrscheinlich eine Fuel Cell drin, das kann ich spüren Ahhhh Sieben tausend Sieben tausend Sieben tausend Sieben tausend Die hast du Ja, jetzt hab ich's Oh, Crit-Classes hab ich voll, kannst du haben Okay Ein Stück reicht Gut Gut, dann würd ich sagen Wir lassen den Schoschmann nicht so lange warten Hm Viel Gruppen Fucker, Tower Wuff Eieieieieiei Jesus Fünf Rains per second Wurm Schön Das wird schon ein Haar Fünf, was? Das wird zum Glück wieder bestimmt nicht glitchen oder so Tschüss Ich find's ja wie genial, dass diese Wisp-Dinger gar nicht mal irgendwie abschießen oder so Hm Das ist genial, dass ich gerade Andy in den Rücken geschossen habe. Markus leuten in den Rücken zu schießen. Nur einen Rücken kann er zücken. Der hat sich beefy bison. So, ein Magma-Bum tot. Beide tot. Was kriegen wir? Alter, damit könnte ich auch so viel anfangen. Ich bin auf dem Weg. Ich werde auch mal einen gebrauchen. Zu viel in der Ecke. Du kommst hier ganz so schlimm. Ich hasse dich. Oh, dich hat ich gefressen. Oh, boi. Du bist doof. So, tschüss. Das Klipper-Gebräuche. Äh, Lotharcoin. Hauptsache, ich laufe ja schon mit 12 rum. Ja, dann kauf dir mal ein paar Items. Ich will dir ein bisschen aufsparen. Beziehungsweise, der vorhin konnte ich ja nicht mal kaufen. Ach ja, da war ja was. Naja. Ach nee, da ist ja einer von uns. Ah. 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 Wo ist was? Wo ist was? Wo muss ich mir was angucken? Alter, ein Run dauert über eine Stunde schon. Ja. Ja, je besser man wird, desto länger, desto länger gehen die Run. Alter. Äh. Äh, um genau zu sagen. Ihr habt das Potenzial, diesen 20 Runden Run zu schaffen. Ich nicht, also. Aktuell bin ich deadweight. Also, ich würde jetzt nicht ins Celestial Portal gehen, weil, ganz ehrlich, dann hast du schon mal so'n Run. Äh. Kommt mir euch vor, deshalb. Äh. Sobald wir 20 Runden haben, können wir das gerne machen. Dann ist mir scheißegal. Aber ich möchte dieses Achievement was 20 Runden. Das heißt, wir ziehen jetzt Shadow einfach mit. Ja, ich sterbe ja nur instant durch alles und mach kein Damage. Wahrscheinlich ist hier doch ein Magma-Wurm oder was ist das so extrem wohl? Ach, und das. Türchen. Äh, äh. Und ein Magma-Wurm. Hui. Ich bin so, ich bin so erflessen. Äh, Shadow nimmt mal das hier. Ich bin grad a little bit busy. Mit nicht sterben. Wenn du Zeit hast. Dann nimm dir die Spritze. Jag dir Drogen ein. Heiß. Aua, 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 aua. Weg hier. Weg hier. Äh, das dachte ich mir auch gerade. Das ist lustig. Ich lauf die ganze Zeit noch mit 550 Leben rum, ey. Ich hab auch nur 700. Ich brauch mal zu allmählich. Mal eine Infusion. Bin tot, ja. Also, ich bin absolutes Deadweight. Bitte, bitte nicht die Challenge auf dem Mount aktivieren. Bin ich ganz ehrlich. Äh. Also, während ich weiter Deadweight bin, mach ich mal meine, äh, Deadweight-Wäsche. Ne? Ja. Äh, ich bin, ich werd, ich bin in zehn Minuten wieder da und bin weiter für euch totes Gewicht, was ihr mitschleppen müsst. So, äh, bis gleich. Bis gleich. Äh. Das wollte ich jetzt gleich da schon, wie viel die Legendary-Truhe, äh, kostet. Das ist jetzt unser zweites Mal in der Hölle, ne? Ja. Hm. Äh, wir brauchen 15k. Die haben wir ja gleich schon, weil die ganzen Bosse hier gekehlt haben. Warum hab ich zwei Mad-Kids aufgeworfen? Keine Ahnung. Kannst du auch mal gebrauchen. Oh, hey, Wobby. Ähm, Elko. Äh? Mad-Kid. Ich. Ja. Ich weiß. Brauchst du ja nicht. Mit deiner Transzendenz. Äh, deswegen lasse ich die Items jetzt auch einfach liegen. Oh, wollte ich was haben. Oh, fuck. Schon wieder einer? Ja, was das Transzendenz betrifft, habe ich, äh, nichts dagegen. Äh, Andy, ne Blutasprung. Oh, oh, oh. Yep. Fucking Big Blizzard. Elko-Blast ist der, oh. Äh. Ich bin ja Glass Cannon. Und dann bleibt schon, weil jetzt grad, äh, so ein Lizard da war. Äh, ich brauchte echt voll mehr Leben. Viel, viel mehr Leben. Und das wär jetzt irgendwie... Vielleicht nicht getrennt rumlaufen. Und ich glaub, das wär wie ein Scherz, wenn ich jetzt auf einmal, äh, auf einmal Infusion da hochkommt. Was, wie viel hast du gesagt bei den Legendary? Äh, 15k. 15k war ich mein Ende höher. Ja. Ja. Okay. Hier ist noch mehr Heilungszeug. Hatte, äh, die hat genug. Erinnerung ist mir grade echt egal, ich bin halt wirklich... Oh nein! Ah, ich hab die Death-Use-Aktive, Entschuldigung. Äh, ja geil. Jetzt kannst du ebenso wenig, äh, diese Skulls schießen, wenn du geheilt wirst. Ich hab, ich hab, ich hab, so viele Harvester-Sights, du, ich hab 100% Crit und, äh, ganz viele, äh, und wie viele Harvester-Sights? Neun. Ich mach also mit jeder meiner Nagelschusspistole, mach ich ein Heal-Prob. Das zählen. Ja. Holy shit. Das ist doch ein Fungus. Ja, ja. Ah, oh mein Gott, warum muss ich jetzt noch einmal an, äh, an eine gewisse Barbie-Film denken? Was? Was? Keine Ahnung. Da war auch etwas von wegen Fungus. Ja. Goddammit. Haben wir auf der Map noch irgendwo einen, äh, weiteren Dings? Legendary-Tro? Äh, ich hatte bisher nur die eine in der, äh, in der Immer-Stelle gesehen. Ah, hier ist eine. Also die, wo Andy schon genommen hat. Was ist das denn für ein Item? Ähm, das hab ich zufällig geunlockt. Das Clover ist mega gut. Wenn, äh, wenn irgendwas mit RNG ist, kriegst du mal das Bessere von der, von dem Münzwurf praktisch. Du hast eine höhere Lebens, äh, äh, du hast eine höhere Lebens-Shorks, nimm du. Ja, weil jetzt, jetzt kommen einfach wahrscheinlich mehr, äh, müssen mehr Dinge bei mir kommen. Mehr, äh, Sky-R. Über-Items. Hm. Hallo, Navus-G, wie geht's dir? Oh, lol. Absache zu dem, äh... Das heißt, äh, alle Truhen werden jetzt von dir geöffnet. Hm. Nein, das ist jetzt nicht so oft, auf Truhen-Glück, weil, äh, Truhen-Glück ist praktisch, äh, davon, äh, es ist einfach praktisch, wenn du die Chance hast, einen Skull zu schießen oder nicht, äh, kriegst, äh, wird halt zweimal, äh, die Münze geworfen und halt, wenn ich, äh, wenn einer von der, von den Münzwürfen, äh, funktioniert, krieg ich das Ergebnis anstatt das Negative. Hm. Okay, dann kommen wir hier hoch zu mir, da, äh, ist eine Fuse-Cell. No way. Ähm. What the fuck? So, jetzt geht das hier los. Äh, Andy? Los. Hier ist noch eine Fuse-Cell, bei mir. Ja, komm sofort. Ich, ich, ich hab hier grad, du siehst an der Seite vielleicht, wie viele, äh, Drohnen wir gerade haben? Ich seh's auf der Karte. Hey Kinder, das freundliche Deadweight aus der Nachbarschaft ist wieder da. Äh. Was zur Hölle macht ihr denn da? Ich hab ein Backup gefunden. What? Du bist grad, du bist grad nicht der Einzige, der jetzt grad, äh, Deadweight ist. Äh, Willow Wisp. Wo? Jesus, ist es auch da oben. Mann, Mann. Du siehst da gerade so viele oben. Äh. Und hier oben ist halt auch noch, äh, diese Statue, ne? Pff. Mann. Ja, nicht aktivieren, wie es. Äh. Zu zweit kriegen wir da nicht hin. Nein, hier ist doch eine, äh, äh, Shrine of Shands. Achso. Die kann doch von dir besser geöffnet werden. Ja, das ist wohl der, ähm, Schlüssel hab ich jetzt. Äh, Willow Wisp ist hier. Und das Ding einfach. Mich nervt grad diese Artillerie-Fächer. Die Artillerie-Fächer sind grad echt das Schlimmste. So, das Gute ist, jetzt kann ich mich wieder voll konzentrieren. Jetzt ist wieder alles gut. Weiß. Entschuldige. Ich will mich... Ich bin eh tot. Du kannst eventuell schon mal, du kannst eventuell schon mal zum Boss gehen. Und ich werde jetzt einmal kurz um die Map sweepen und, äh, diese Viecher da oben erledigen. Alter, in die zerstörter Feierbar. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum er letztens piepig war, weil er Deadweight war. Das ist echt ein scheiß Gefühl. Ach nee, den würde ich ja gar nicht mehr tun. It's fucking dicks. Äh. Wo bin ich denn jetzt? Hattest du den Bossraum schon gefunden? Nein. Der Bossraum-Teleporter-Mann. Ich bin schon bei Isaac hier. Äh, da ist noch eine Truhe. Äh. Oh ja, mit 1000 Gegnern. Wo? Weil sie auf eine Burmi. Sollte ich angucken. Den sollte ich angucken. Der Andy dreht absolut durch. Ja. Alter. Hier ist noch ein Highlight-Item bei mir. Soll ich denn den Teleporter, wenn ich ihn gefunden habe, äh, auch aktivieren sofort? Äh, ja, beziehungsweise wir gucken dann mal, wie dann gerade die, ähm, Artillerie, äh, abgeht, weil ich hasse es, Bosse zu bekämpfen und dann kommen einfach neun Artillerie-Gegner und schießen ja einfach alles voll. Das ist nicht so ein schönes Gefühl. Nee, kann ich verstehen. Jetzt rennen, damit ich mehr, äh... Ich sage, er hätte ich irgendwie so eine kabellose Kamera, ne? Und jetzt meine Kamera mitnehmen und ich würde einfach mal filmen, wie ich, äh, Geschirrputzt bei mir. Nimm noch dein Handy. Obwohl, nee, da sieht man ja das Spiel nicht mehr. Ja, eben. Ich will, dass man das Spiel sieht, aber dass man auch, äh, äh, sehen kann, wie ich Teller schrubbe. Ja, das sind dann noch ein paar Drohnen. Und was haben wir da drin? Der Crowbar. Grover sind mega nice. Wenn der erste Hit sehr viel Schaden macht, was will, äh, dann brauchst du keinen weiteren Hit mehr. Hm. Bräuchte ich mal langsam. Ich bräuchte auch mal Items. Äh. Problem ist halt wirklich, dass man Items nicht einfach, äh, trocken kann in der nächsten, äh... Äh. Äh. Doch, der Crowbar. Ja, damit. Mehr Schaden, der Inip, äh, der erste Hit, äh, der erste Blitz macht, desto besser. Mehr kann ich one-shotten. Ich find die scheiß Dings nicht. Den Teleporter? Ich auch nicht. Ich find, ist der oben irgendwo auf dem... Ich guck mal. Alter, Elko, das machen die doch mit Absicht. Die wollen einfach nicht, die wollen uns nicht mehr haben. Ja. Da. Äh, hast du ihn gefunden? Such nach, such nach, äh, äh. Partikeln, ja, danach suche ich schon. Such nach einem Teleporter. Warte, weiter, nicht links, Andy. Äh, äh. Da jetzt gerade auch? Nee, da nicht, Mann, Steine. Äh, reported. Da drinnen? Reportet. Das wird ein witziger Boss-Encounter jetzt. Ja, das ist kein Overloading-Wurm. Oh Gott. Ähm, ich würde sagen, aktivieren und dann entweder in die Richtung rennen oder raus. Äh, ich würde sagen, in die Richtung rennen. Äh, 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 äh. Oder in die oder... Time to die. Greater Whisp. Glacier Whisp? Glacial. What the fuck? Kinder, das passiert, wenn ihr euren Schwanz in Hornispen-Nest steckt. Don't do it. Schade, dass sie wirklich nicht die besten Damage machen. Oh mein Gott. Raus hier! Du zahlst keinen Vermieter. Äh, gut für Andy, voll. Dann sterben die einfach. Andy, ja, dass ich sie. Ja, weil bei mir die Dinger halt einfach nützlos sind, ne? Alter. Oh, aber das coole ist, wir dürfen gleich wieder spielen. Yay. Um dann wieder zu brecken. Ich werde niemals sterben. Berühmte letzte Worte. Und wisst ihr was? Boah, weißt du, wieviel Angst du mir jetzt gemacht hast? Ich dachte, jetzt ist ein Feuergegner hier und dann hier bin ich. Ich dachte, ich platz jetzt. Aus. Tschüss. Don't stick your dick in der Westen-Nest. Weißt du, was er dazu einfach nur drücken muss? Seine Ult. Ja, ich weiß, es ist eine Ult. Dieses komische Walkie-Talkie da. Ja, dieses Oben-Switchen. Und da drei davon hat. Ja, die Runde läuft auch immer nur. Drei? Vier. Fünf maximal. Oh, ich darf wieder spielen! Wenn ich noch mehr Fuel-States kriege, habe ich noch mehr. So, ähm, jetzt. Ich darf spielen! Und, ah! Bosse. Backrend. Uuuuh. Fick da. I'm out of the way. Ja, wow. Tschüss, Alter. Hallo, Golem. Also, ähm, wenn ihr Fuel-Cells findet, äh, bin ich voll für und, äh, hier Willow Wiz. Alles andere könnt ihr gerne haben. Ich geb dir Bescheid, wenn ich länger als zehn Sekunden lebe. Äh, sprint. Bist du schon wieder tot? Nö, aber... Boah, geil. Geil, ein Item. Hm. Oh mein Gott, Shadow hat seinen Geburtstag. Hat ein Item gefunden. Das ist absolut worthless, aber fuck it. Äh, ja... Blade. Äh, Shadow, das ist für dich gut. Hä? Äh, woops. Nevermind. Äh, nevermind. Aber das, äh, das... Das Messerchen ist, äh, gut für dich, weil, wie gesagt, du machst halt viele Hits. Outfire! Ja, und ich möchte hier nicht mehr sein. Und Elko hat mich fast umgebracht. Hä, ernsthaft? Ja. Ja. Das macht nicht so viel Damage auf dir, nur mal so. Ja, und? Jeder einzelne HP-Punkt hält mich am Leben. Hier ist ein Syringe-Printer, falls Leute den brauchen. Und, äh, Shadow, du solltest dir den Teddy kaufen, der hier im Shop... Ich hab's mal für, äh, für ihn gekauft, ne? Oh! Crowbar! Endlich mal! Oh, Feuer! Oh, Feuer! Oh! Oh, Feuer! Indeed, Hot! Buh! Wie ist das für eine Menge Feuerwehr-Champions? Äh! Letztend halte ich ja grad Abstand. Ich bleib einfach von euch weg. Ich hab grad euch nicht im Sichtfeld, aber jetzt komm ich wieder rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich voll die Garten machen? Oh mein Gott. Ähm... Wow. Yes. So. 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 Hier in der Mitte wartet immer noch ein Teddybär von der Abgeholt zu werden und Schaden angenommen ist echt hilfreich Ich bin tot Wirklich? Ja, wirklich Ich sterbe in zwei Hits Höchstens Deshalb habe ich die Ja, ich bin wegen dir in diese Scheißmitte gegangen Dann hole ich die Ich wollte mich da raushalten Aber was hat sich die Scheiß aus mir rausbrügel? Ich bin tot Das ist fucking frustrating Ja Oh ja Und das Wespennest Alter Auf einmal hat das Spiel nur noch zwei Frames Alter, ich bin gleich tot Nice feeling, ain't it? Ja Stell dich neben mich Ich bin genau hinter dir Du kannst ihn nicht heilen Ich kann nicht heilen Du kannst mich nicht heilen Doch, ich habe einen Fungus Er hat doch nur Schilder Ich habe nur Schilder als erleben Ach ja Fick dich Fick dich Fucking Wieso 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 Mit was für Leuten arbeite ich denn hier eigentlich? Der einzige Der lange genug überlebt Der kann ihn nicht heilen Ich bin wenigstens noch am Leben Aber ich habe so wenig Warum hast du auch das Item genommen? Keine Ahnung Weil ich dachte Ich könnte damit auch wenigstens Damage machen Oh nein Ich bin weg Tschüss Leute Oh Ah Wait Na Ah, die Flaps This is nice Oh Gott Oh mein Oh mein Gott Alter 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 Hahahaha 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 Nur da keinen Habe ich verdient Habe ich verdient Habe ich verdient Oh yes So Nein Oh Nein Danke Gib das her Gib mir steig Schau Leute Ey Das hätte ich auch gebraucht Mano Ist ja nicht so als wäre ich eben so der Lobbomb Hä Das sind wir beide Fun Fact Wanna talk Ja Aber das hätte für mich mehr genutzt als für dich wegen der Regeneration Ne Damit ist auch die Schilder Regeneration gemeint Wow Nice Hat mal jemand auf dem Discord Server gemeint Dass das bei ihm auch Dass das auch bei ihm die Regeneration der Schilde erhöht hat Nice Komm sobald ich tausend Leben habe bin ich äh bin ich am Leben weil dann kann mich nichts mehr one-shotten In der Regel Alter Ja dann Beetle Queen melted Oh Gott Ja das ist halt der Magier Was muss da passieren wenn du der TF2 spielst Oh da muss eine Menge Geld fließen für damit ich dann den Kram wieder installiere Ich hab gehört wenn ihr ihm 1000 Euro gebt dann spielt der wieder TF2 Das hast du jetzt gesagt aber es ist nicht so far off Ne Ich pack das wirklich so hoch nur damit ich mir die Scheiße nicht antun muss Ah nice gut Ich hab da keinen Nerv mehr drauf bin ich ganz ehrlich Kann ich verstehen ich hab's auch schon lange nicht mehr gespielt Okay für die Summe würde ich wahrscheinlich sogar noch Fortnite drauflegen also Für 1000? Für 1k Für welches Level bist du jetzt eigentlich? Äh 27 Geil wow ich spawn bin fast tot Alter Ey ich will hier einfach nicht existieren ich hau ab Fuck all of you Ich versuche mich grad irgendwie Bösen zu kümmern Was? Aktuell hab ich weder Bock auf Team Fortress noch Overwatch Also Overwatch kam ja eigentlich auch gepflegt den Buckel runter Naja ab heute ist ja auch schon wieder neues Event da Ja das ist dasselbe Event wie jedes Mal Shield Generator Meins 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 Ich renne einfach durch die Gegend lasst euch die Arbeit machen und sammeln Items die überbleiben Ganz einfach Was anderes kann ich aktuell nicht ich tue euch kein Gefallen also Ne leider das ist halt echt scheide dass man wirklich Scheide ist das? Das ist voll scheide Das ist die FSK 2 Version Ja Das ist Jojo Part 3 für Fork jetzt Wieso ist das ein Krono Borbel? Also Printer ich will einen Äh FuelCell Printer Ich kann auch gegen nichts kämpfen Also Naja Das werdest du besser machen kannst Das ist halt hit and run Ich versuche jetzt nicht grad echt um die Boss hier zu kümmern damit äh halt die Oh da verteils Da verteils Also wenn ihr nen Boss habt pinkt ihn mir an damit ich weiß wo ich hinrennen muss Oh Feuer Damit du ihn töten kannst für uns Ja genau Ich mach auch absolut kein Damage mehr also so So ein normaler Biddleguard ist für mich schon zu viel fast Die sind halt aber auch so tanky Oh jetzt bin ich da durch ne tougher times geraten scheiße Oh mein Gott Ich wollte Wieso war der hinter so einem Fack Ich hab's extra da liegen lassen Mh Ah Ich würde ihn abgeben wenn ich könnte Sobald man Printer dafür finden wird äh wird abgegeben Mh Dann haben wir hier nen ähm Hier ein äh Hier ein äh Go to Wenn die Wenn die Werd von Dingen gejagt die mich one shotten können I I living in fear Ich bin dabei Ich bin dabei Also Ich grab grad einfach nur alles mögliche an Items was ich hier irgendwo auf sammeln kann Von dem Geld was ihr äh Äh Gebt Und renn um mein Leben Mh In der Zwischenzeit spawne ich so ein bisschen hier da was Mach hier sowas Äh Ja aber ich bring dich zu einer Passage wo ich spawnen kann Ja warte Ne warte Das brauchen wir nicht warte Äh Oh Stuffen Geh super weit stuffen Weil wenn äh Nix bei dir spawnen kannst du nicht sterben ne Ich werd auch grad so ein richtig glattenes Sloth einfach nur Ich sammel einfach ein Mir ist scheißegal ob es immer brauchen kann ich nimm es einfach Naja Ist das richtig Beste weil Wenn du nämlich zu einem Printer kommst Die Du brauchen kannst Genau dafür äh Brauchst du dann diese Items So äh Ich hab hier einen Teleporter soll ich den aktivieren Mach also ich bin in äh in der Nähe ich kann Oh fuck Ich bleib so weit entfernt wie möglich Ahhhh Plays in greater wisps Oh ja Vielleicht überlebe ich ja mal ne Runde Äh Töten Ja Du hast die erlaubnis Ich weiß Ich bin aber auch äh Ich bin nicht squishy Aber äh selbst Feuer schmilzt nicht Lass mich schmilzen Deshalb äh Gib mir gib mir ein bisschen Zeit Dann krieg ich das hin Ich bleib hier oben Ich bin hier oben so ein bisschen sicher Du bist ja relativ gut sicher sogar Äh Manchmal wollen die Viecher mich trotzdem also Ja aber das kannst du leichter ausweichen Als wenn du da in der Menge sitzt Ja Ich mein hier kann ich wenigstens euch noch Mach den fähig, mach den fähig, mach den fähig, mach den fähig Ich bin weg Ich bin weggeportet aber Äh Jetzt alle drei Spiele ja gut dann sagen wir 2 Da mach ich den Tag Da mach ich den Tag Da mach ich auch gerne den Tag des Hasses Ich fack ihn noch Overwatch-Rank dazu. Oh Gott. Der Tag des Hasses. Overwatch-Rank, League of Legends, Fortnite! Und Team Fortress. Fortnite? Fortnite, ja, ich mag es nicht aussprechen, da bin ich mir mal schlecht bei. Ich kotze dann immer so ein bisschen in meinem Mund. Oua! Mann! Blödes Mistvieh! So, ich versteck mich hier. Slasing... Den mag ich überhaupt nicht. Explodiert irgendwas? Also... Bei mir merkt man, mir mangelt es echt an... An Leben. Mir mangelt es an allem. Ich werd einmal von was angeguckt und bin meistens tot. Der Fickre bei mir eigentlich ist, das ist im Fall. Ja, Shiro, du hast ja nur noch... Ja eben, also... Also die 2000 möchte ich dann in 5€-Schein zusammengenäht, dass sie ein Handtuch ergeben. Damit ich mich damit waschen kann danach. By the way, nehmt das bitte nicht ernst. Weil ich möchte diese Sachen wirklich nicht streamen. Ich möchte nicht diese Art von Leuten anziehen, die diese Spiele gucken. Ja, du schmeißt einfach nur Kugeln, während Andy einfach 5 Gum kaut. Und diese Lebensregeneration-Propel, die ich da die ganze Zeit an der Seite kriege, ist das wunderschön. Also im Moment kann ich glaube ich nur noch was One-Shotten, dann bin ich tot. Naja, selbst wenn du einmal One-Shot bist, hast du ja immer noch deinen blöden Plüschtier, dass du noch mal wieder nehmen wirst. Stimmt! Stimmt, wie ich das habe. Tschüss, 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 tschüss. Ach ne, das kann ich ja vergessen, weil ich habe hier nämlich das Ding noch, aber das kann ich nicht mehr aktivieren. Äh, ja. Ich glaube, das kann ich nicht dann nochmal reaktivieren, ne? Nein, 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 kannst du nicht. Du müsstest es jetzt in den letzten 3 Sekunden aktivieren. Kann er nicht, kann er nicht. Äh, dann, äh, egal. Ja, Port, Port. Ich will hier, ich will hier nicht bestimmen. Ja, Ice Level. Ice Level, let's go. Und ich würde sagen, das nächste Celestial Portal ist dann doch vielleicht eher was. Hello, das freundliche Deadweight aus der Nachbarschaft. Äh, entschuldige dich, dass ich mache. Äh. Ich meine, Celestial Portal kriegt man locker hin, das sind nur 7, äh, 7 Sachen, aber ich könnt euch bis 20 carryen. Mach halt, also ich habe mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Oh fuck. Ich klau mir einfach so meine, meine Items zusammen, aktuell. Äh, hier ist Wurmi. Tschüss Wurmi. Ich habe nicht mal die Zeit zum weggehen. Ich werde angeguckt und auf einmal bin ich tot. Äh, ich nehme das einfach mal. Äh, ich nehme das einfach mal. Man muss echt so, äh, an dem Level muss er echt so sein, wie ich, äh, oh Fragezeichen, 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 Fragezeichen picked up. möglich dass es von mir war ich krieg so absolut gar nichts von dem ganzen die und mann muss man was angucken guck mal in den schild gefunden habe mein plan ist er genau gesehen Ich muss weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. 4 Sekunden auf meinen Blitz, das gefällt mir. Oh Gott. 4 Sekunden auf meinen, ja. Es ist ja nicht irgendwie die Frage, entweder gehen wir jetzt doch einfach mal in den Celestial Portal oder... Ne, wenn Shadow sagt, dass er das nicht braucht, dann... Ne, meine Güte, wenn ihr jetzt das machen wollt, dann macht das. I'm getting used to this. Dann kriegst du das auch und dann ist es fertig. Problem ist, was bringt es mir? Ein Item. Ich frag dich was. Nego, magst du mal kurz nachgucken? Das war das Clover. Das was? Das was Handy hat. Das Clover. Das bekommen wir dann dadurch. Ja. Wieso? Aber hatte ich es denn schon? Wer war das denn? Ich, den hab ich schon geunlockt schon links. Ich hab schon die 20 gemacht und das mit einer Huntress. Ich bin wahnsinnig. 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 Oh, du witz mit der Hand. Ich bin wahnsinnig. Ich bin wahnsinnig. Das ist so genial, ey. Alter, was hast du da gemacht? Er hat so viele im Körper verschworen. Ich glaube, ich hab ne Dummheit angestellt. Ups. Warte, lass mich angucken. What makes you think? Da kommt jetzt. Das Spiel crasht noch. Ich seh es kommt. Wir sind noch nicht bei Crash-Level angekommen, Shadow. Alter, du Idiot. Warum spawst du die Dinger denn? Jetzt sind solche Sachen Todesurteil. Jetzt muss ich die Kaki aufwischen. Oh, mich, mich, mich. Das ist immer echt so. Ist schon klar, dass wenn ich sterbe, dass der Run tot ist, ne? Ey, ohne Scheiß. I will fucking dick slap you, ne? Ich mach jetzt hier nicht den Deadweight-Run mit euch, nur damit er das am Ende verkackt. Dann lassen wir das machen. I will fucking slap you silly. Das wäre irgendwie verrückt, wenn Andy überhaupt dadurch irgendwo stirbt. Allein schon zu viel Seh wieder hat. Ich mein, wie soll das... Ich muss auch nur einmal nicht hinter mich gucken. Und plötzlich kommt da so ein dreifacher Angriff oder irgendwie sowas. Ich mach nur nicht... Ich one-shotte noch nicht Sachen. Das ist mein Problem. Ach, der ist noch nicht heftig genug. Ja, Mensch. Ich bin schon auf 9... Ich bin nur auf Havel. Und? Und? Bin ich gleich tot? Oh nein. Jesus Christ. Heider, stop fucking up. Äh... Der Geile doch bei Leeching Seeds. Übrigens, irgendwo müsste jetzt jemand sein, der dich unterstützt. Äh... Jemand ist da, der dich mag. Zehn? Stage 10? Äh, ja... Elf. Jetzt sind wir jetzt elf, ja. Das nächste wäre zwölf. Moment, wie viel müssen wir machen? Zwanzig. Zwanzig. Also doch mal acht. Äh... So. Äh, ich muss leider einmal ganz dringend AFK. Okay. Ich stell mich mal hier hin. Der Leech gleich wieder da. Äh... What did I... Okay. Das war kein... Das war kein Overloading Worm. Zum Glück. Aber wenn der jetzt als Boss kommt, dann hab ich... Dann hab ich Angst. Overloading Worm ist noch so eine Sache, wo ich echt Angst vorhabe. Ja, den hatten wir doch schon einmal. Ja, aber jetzt ist er mittlerweile stärker. Ja, ist ein Tekken. Ohne hat er sich geholt. Ja, super. Wo hat er sich denn hingestellt? Oben. Äh, ja, also sicher ist er. Ich behalte das mal im Auge. Äh... Ich hab er so oder so sicher. Hm. Im Overload ist okay. Nein, aber es geht. Tschüss. Oh mein Gott. Das ist... Das ist... Das ist not nice anymore. Hm. Ich seh den Borgi. Boah. Oh, wieder da. Hebe. Hat er den Boss aktiviert? Ja. Du tust ja gerade so, als ob er uns bräuchte. Weißt du, du musstest dir vorstellen, Andy ist das Auto, der Fahrer, der Beifahrer. Wir hocken im Kofferraum. Ja. So überecht. Einmal schnell ins Badezimmer. Holy shit ey. Da trau ich mich nicht runter. Du musst du auch nicht. Äh... Ja geil. Aber dann chargst er länger. Das sind die Feuerbänder. Ach nee, warte. Das sind die Eisbänder, Leute. Die Eisbänder sind halt besser als die Feuerbänder. Ja. So ein bisschen jo. Wasserbändiger ist scheiße. Und Luftbändiger sind eh alle tot. Ja, eben auch so der eine da und der hat eine Glatze. Und Pfeil. Echt mal. Brauchst du die Eisbänder oder soll ich die nehmen? Äh, die sind auf dir besser. Du machst mehr Hits als ich. Ich hab' ne bessere Idee. Wir geben Andy jetzt alle Eisbänder. Wir stopfen ihn einfach mit Items zu. Also wir füllen ihn jetzt einfach wie so'n Truthahn. Ja. Oder wie ne Frau ab. Oder das. Jetzt wächst mal nicht alles auf mich, weil wenn ich dann einmal nicht aufpasst und dann sterbe, weil nicht so'n Blazing, äh, irgendein Boss oder so, man schottet, dann... Das ist alles deine Schuld halt, ne? Moment, du meinst also, ich sollte auch noch ein paar Items abnehmen? Willkommen oder was? Ja, doch. Wäre eigentlich ganz hilfreich. Ich klau mir alles zusammen, was ich finde, Alter. Ich hab' 200 fucking 1000 Dollar. Ja. Ich hab' 247.000. Oh nein. Geh! Geh weg! Niemand mag dich. Nein, 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 nein. Was hast du gesehen? Tschüss! 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 Oh! 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 Oh, Jesus! Oh! Oh, da sind ein paar Drohnen. Werden das immer mehr bei dir? Ja, werden die. Ähm, je mehr Fuel Cells habt, desto, äh, desto mehr werden. So, Gesture of a Drunk, dann gibt mir, glaub ich, auch noch einen Charge. Ne, das gibt ihm keinen Charge, das gibt dir nur, dass du schneller regenerierst. Das ist retarded. Achso. Andy, das ist absolut retarded. Ich kann immer noch nicht... Achso, das sind meine Drohnen, die alle hier produzieren. Ja, ich brauch grad sagen, was ich denn... Oh, mein Gott! Even more! Laden, 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 bin laden, bin laden, bin laden, bin laden! Andy, drück den Knopf! Irgendeiner wird drücken Knopf! Ich suche mir, glaub ich, auch gleich irgendwie ein neues, äh, eine neue Ulti-Waffe und, ne? Und stell mich irgendwo an den Rand. Ich stelle mich irgendwo an den Rand. Oh! Weg hier! Willow Whisk, Willow Whisk, Willow Whisk. Ich hab mich instant weggeportet, weil ich wäre instant gestorben sonst. Ja. Apropos, wow. Ich halt schon maximalen Abstand, also... Ich bin tot! Ich hasse dieses Spiel! Was hat mich denn jetzt überhaupt getötet? Äh... Ich darf nicht mal spielen! Ich darf nicht mal spielen! Ah! Ja toll, geil! Oh nein, nicht der Dienste! Alter, ja, wisst ihr, wir gucken nur noch Andy-Stream, weißt du? Alter... Multistream, oder was? Ja, Multistream, ihr seht sowieso dasselbe! Ähm... Grüße! Wieso, du könntest mir zugucken? Oder mir doch! Ja, aber warum? Ja, aber warum? Ihr one-shotted mich, ihr seid mich überpowered und euch kann ich nicht die Schuld geben, wenn ihr, wenn das ganze verkackt! Wieso kriege ich da auch ein Hellfire-Tincture? Die will ich nicht! Oh, davon times! Dankeschön! Was ist Hellfire-Tincture nochmal gewesen? Äh... Das, was ich hab! Das, was ich eigentlich hab! Das, was ich selbst in Brand! Das, was ich eigentlich hab! Oh, hi! Sollen wir die Teleporter hier einfach nur noch aktivieren und es dabei belassen? Äh... Ich hol' wohl schnell den Loader-Port! Das einzige, was ich will, sind noch mehr verdammte, verfickte Fuel Cells, damit mehr getriggert werden. Mehr will ich nicht. Und das ist... Oh, mein Gott! Das ist ein Hellfire-Tincture! Oh ja, genau! Stimmt! Ich hab' ein Smartphone! Ich kann mir Good Stuff angucken! Fuck that shit! Suck a dick! War das mal bei Magica, wo du nicht mitmachen durftest wegen der Phoenix-Wiederbelebung? Ne, weil das Spiel scheiße verbuggt war! Ja, aber wegen der Phoenix-Wiederbelebung halt auch! Auch, ja! Tschüss! Stieb die Leute weg! Ja, Controller ist gut! Chill! Dreh mich durch! Oh, dankeschön doch bei Teddy! Äh... 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 Ich muss mal kurz eine Voice-Nachrichtue hören, ich halte mich mal stumm, nicht dass ihr mich vermissen würdet! Nöööööööeh... Acht doch, deine Kommentare sind schön... Ja, warte... Ach Sh.. Mother, du brauchst die schon wieder leeren. Ja, their wit! So... Wo war das Dingin? Da oben... Äh... So warte… Vielleicht wer da? Penal Williams ya... Hehh bitte, backup! Ich brauch auch mal langsam ein bisschen mehr Wirbel! Heeh... Ich muss genug, ich muss. Elko? Ja, gib mir doch mehr Attack Speed. Noch mehr... Ding, ey. Okay. Oh Gott, nein! Andy! Fuse Cell! Jawohl, da. Wusch, 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 wusch. Mein cooldown ist auf 1. Wenn ich jetzt die Fuse Cell kriege, sollte mein cooldown auf 0 sein. Entweder das oder gar nicht. Oh, dankeschön die... Oh fuck, das hätte ich nicht aufheben sollen. So. Dann kannst du einmal überleben. Die Legendary Truhe guck ich mir mal an. Keine Ahnung wie viel der hat, aber sicherlich viel. Oh ja. Und was ist drin? Haunting Strolls, man heelt. Noch mehr. Geil. Weißt du, du überlebst einfach nur noch. Und wie hoch ist jetzt deiner, denkst? Zwei Sekunden. Leider noch zu viel. Alle zwei Sekunden kannst du einmal schießen. Ja. Oh mein Gott, das wirklich. Sieben... Sieben mal Drohnen beschwören. Also... Hast du sie... Fuse Cells oder was? Oh je, das heißt... Du musst immer eine Fuse Cells Du musst halt immer eine Fuse Cells noch im Hinterkopf haben, weil du hast doch selber einen Tick. Das heißt, du hast acht Thronen. Oh mein Gott, ich kann sieben beschwören. Äh, 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 äh... Du kannst also... Ich kann grad nicht schlecht oben gucken, ohne, ohne... Ich kann erst gucken, wenn wir mit den Teleporter gemacht haben, weil... Momentan ist echt, äh, schwierig zu... Oder Shadow guckt bei dir nach, wieviel du, äh, wirklich, äh, schaffen kannst. Ja, sieben. Also ich weiß, ich seh da unten das kleine Sieben. Wo ist der Teleporter? Äh... Immer in der Mitte. Ja. I'm back. Baby! Wo, 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 wo? Ich hab's, äh, gepinkt. Fuse, hast du gerade rausgeholt. Fuse, nice. Fuse. Okay, ich würd' so sagen, äh, aktivieren. Hm, ja. Hm. Just so weit. Achso, ich dachte, Ekos Ping wäre Elko. Deshalb hab ich drauf gewartet. Ja. Äh, äh... Ich verzieh mich hier drinnen. Was? The fuck? Alter, er... Weißt du, er drückt nur einmal R und schon hat er, äh, hat er alles, äh, gespawnt. Ich glaub ich kann jetzt irgendwie froh sein, dass ich ein paar mehr an Tennis hab. das sowieso er musste gerade ich muss sogar sowieso noch ich muss sogar mal was anderes machen deswegen die weg so was haben wir diesmal nicht mehr dass du da bist dieses mal kann ich was davon die hat alles mitgenommen mann ich habe ich habe das ich habe das ehrlich ernsthaft nicht gesehen los ok wirklich jetzt darauf konzentriert ich alles hier einfach nur zu killen ich würde ich gerne auf der map noch einmal noch nachgucken ob irgendwo noch tun sind und dann können wir gerne gehen ich renne kurz durch ich hab mir ja etliche bette einfach voll von der art an mir gegeben weil sie wie bei mir am meisten sind macht er macht er auch wir hatten am anfang heute haufen weiße davon gekriegt so teleporter ist fertig jetzt noch die letzten mobs killen und dann ich gucke mich gerade oben nirgendwo ist noch zeug auch hier in der mitte ist aber noch zeug ne vox will einer ne vox quail oder ne vox banner kann jeder auch nehmen na wenn ich mal den vox quail ja ansonsten haben wir nichts mehr ne na nichts dass ich wüsste also ich war ganz oben und da habe ich nichts gesehen das war jetzt die noa zwölf ja dritte mal hölle ne also zwölf ja kill me instantly ok du wirst doch auch nicht ja ok ich laufe einfach weg ich versuche schon gar nicht mehr zu fighten außer vielleicht so einen kleinen crockpot hier na ich bin wenigstens mal in der oh nein 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 ja i am now nope 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 oh so much nope oh i gained something oh weil jedes mal wenn ich da bin wo du bist lauert der tot oh cool 3d printer und was printer is this a joke to you am i a joke to you am i a fucking joke to you ich guck ihn ja schon an oh no was ist denn das ding der printer schmeißt die scheiße die klippe runter oh mein gott ja komm mal her es ist sogar ein guter komm mal her ja es ist ein willow wisp ja oh mein ja danke this is what i need death death ich lass hier einfach mal niederbrennen oh oh geil noch ein rostiger schlüssel ja das brauche ich so ernsthaft der schmeißt mal nein er kann ich natürlich nicht runterwerfen ja und tatsache er schmeißt es einfach runter das ist richtig salz in der wunde oh mein gott am i a fucking joke to you das ist der printer den ich brauche und dann das ist ein alter was ich gebrauchen könnte es ist einfach ein kick in der deck äh äh alien hat oh das reduced cooldowns ne ja er damit er damit er damit wo ist es oh war naja das bringt es mir aber nicht meine aktiven cooldowns scheinbar ich habe immer noch zwei sekunden ich weiß ich feite einfach nichts also ich kann jetzt jede sekunde so eine stun grenade äh legen ich könnte richtig asozial sein einfach den teleporter anmachen mach ihn ganz ehrlich mach doch einfach ich muss in eine gewisse reichweite um irgendwas machen zu können oh fuck das ist doch der nachteil an huntress do i gain something oh wer hat ihn angemacht okay ja wer wohl time to die jetzt krieg ich nicht mal was jetzt muss er einfach nur zu sehen und wahrscheinlich durch irgendwas sterben ja äh halt einfach abstatt von dem teil ich sag's mal so solltest du überleben äh gehören dir alle tun okay ja Outlet Outlet Logo Der Es sind Red Whips, das ist so ziemlich beschissenste Boss-Item, was du kriegen kannst. Aber für mich! Da will kein Shadow noch schneller wegrennen. Das ist halt leider wirklich so. Fuck you! Shadow hat einen Erfolg erzielt, er hat einen Boss überlebt. Nicht bös gemeint. Dann kann er endlich durchschauen. Echt nicht böse gemeint, oder? Fuck you! Leute, bitte nicht aktivieren. Okay. Nicht den Teleporter aktivieren, wer da fertig ist. Teleporter aktivieren. Ich weiß, diese Golden Gun kostet mich die ganze Zeit. Das ist sogar noch, du kriegst momentan so viel Geld. Das kannst du mittlerweile als dein Fernkampf benutzen. Als alles. Oder einfach, weil du kriegst momentan so viel Geld. Das kannst du gar nicht verschießen. Ja, würde ich auch sagen. Also, das ist... Und wir können dir alles andere kaufen. Genau, für dich ist das Munition, wir kaufen. Going Fast recommended 300% Movement Speed. Ja. Oh, nice. Jetzt hast du dir ein der Wachsding bekommen. Okay. Ja, jetzt kann er sich auch aufwachsen. Wachs. Was ist das denn? Achso, das ist die Heilfrucht. Dann mach doch mal den Teleporter fertig. Ich will Zeug hier oben abgrasen. Ja, die Dinger wollen einfach nicht... Das lädt einfach so langsam, weil nur einer hier steht. So, jetzt ist fertig. Ich stand auch die ganze Zeit mit Reichweite. Ich auch. Achso. Move faster. Yay. Yay. Mufasa. Sehe ich da oben eine Fuse? Ja, erstmal von der Klippe stürzen, weil ich so schnell bin. Oh cool, Agent nothing. Was ist da oben in den Fuse? Oh, Agent nothing. Hopp du mal kurz der. Moin. Zu mir. Äh... Wait a second. What is it? Ich bist ja dabei. Äh... Why? Kannst du den schon? Ja. Nicht. Tja. Ist der drinne? Nö. War keine. Rapidly. Heal outside of danger. Ja, das ist ja momentan perfekt für dich. Ja. Heal outside of danger, wo ich sowieso keine Probleme habe. Ist die da... die Türfen? Oh ja, ist sie. Nein. Ja, aber da hinten ist nichts. Da war ich schon mal. Aber ich finde das so kacke. Das ist ein Will of the Wisp Trinter und der schmeißt einfach deine Items die Klippe runter. Es ist so... Weißt du, ich hab so viel Müll, ne? Ich könnte da so viel draus machen. Ja. Aber... I get nothing. Vor allen Dingen für das Item... Du kannst ja das Item nicht irgendwie abfangen oder so. Es fällt die Klippe runter und es ist einfach verloren. So, äh, next stage. Ja, würde ich auch sagen. Nein, ich will da auf die Insel. Fuck you. Offeree. Ja, ich bin... Ich... Ich hab keine Ahnung, was ich hier kann, aber... Ist da hinten was? Nö, hier ist... Nö. Ich guck gerade. Warte, aber da ist noch ne Insel. Ob du überhaupt da hinkommst oder kommst du nicht hin? Noch weiter als dahin kannst du nicht. Bitch, bitch, watch me. Watch me, bitch. Du wirst gleich zurückgeportet. Watch this shit. Du wirst zurückgeportet. Watch this bitch. Ah! Okay. Hm. Das ist so lächerlich. Aber hey, du hast mal überlebt. Ich hab mal ne Runde überlebt. Ich lebe noch. Und ich bin weg. Ich bin weg. Ciao, Leute. Ich dachte jetzt schon, du würdest sagen, ich bin tot. Dann nehm ich mir Sorgen gemacht. Das wär ja dann wirklich One-Head gewesen. Äh. So, ich guck gerade echt die Shops nach, ob ich irgendwo ne Fumes hätte. So, ja, Jesus, kann ich hier durch die Jawun. Hm. Oh ja, hier sind so ein paar viele Gegner. Ich glaub, ich werd hier gleich sterben. Ah! Wo? 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 Stun Grenade? Ja, Stun Grenade, sorry. Falscher Alarm. Hm. Kannst mir noch nicht antun. Vorsicht. Der braucht halt seinen Stoff. Ich brauch meine Fusals. Theoretisch könnten wir auch den goldenen Gegner machen. Nein. Nein. Mach ihn nicht. Bin ich ganz ehrlich. Momentan nicht. Können wir gerne irgendwann machen, aber momentan nicht. Der wird uns killen. Ich spiel auf meinen Regeln. Go fuck yourself. Das ist nicht fair. Oh mein Gott. Komm rüber. Komm rüber. Komm rüber. Komm rüber. Ich spiel nach meinen Regeln. Fuck you. Geht's dir gut? Ja. Nein. Nein. Oh. Oh. Mann, aber da ist ein Drucker. I need this shit. Komm, ich helf dir. Oh, Energy Drink. Move even faster. Yes. Nice. What I need. Just what I need. What I need. What I need. What I need. I need a golem. Er ist ein Asshole. Oh hey, hier ist ein Teleporter. Welche Golems? Alle. Alle Golems. Alles, was aus Stein besteht. Nee, ernsthaft. Welche Golems? Oh, endlich. Oh, geil. Welche Golems? Äh, Andy, für dich auch mal. Und Elko? Hm. Wo? Da. Müsste... Muss das jetzt hier sein? Oh, da ist... Oh, welche Itemfarbe hat den Fusion nochmal? Grün? Grün. Oh. Das kann also dir deine ganzen Dings kosten. Oh, könnt ihr mal... Ich möchte diesen Printer benutzen, bitte. Wir sind ja schon da, nur können wir nicht unendlich töten. Oh, natürlich. Was mehr? So. Kriege ich auch noch einen, weil du hast mir gerade einen weggenommen. Ich... Hau... Ich bin hier dran. Geh weg. Du hast genug. Aber ich... Ein bisschen... Ein bisschen Leben hätte ich auch gerne. Und du weißt, dass du die Punkte nur kriegst, wenn du was killst, ne? Ist mir scheißegal. Es geht mir ums Prinzip. Ich bin tot. Sure dead. Oh mein Gott. Außerdem wollte ich das hier. So. Ist deins. Ich bin weg. Ah, du wolltest das Archiv mit haben. Genau. Bitch. Ich freu dich jetzt auch mal ein bisschen. Äh. Näh, Fusell, man. Nimm doch nicht die Sachen, die ich... Nimm doch meine Waxquail oder sowas. So Dinge, die ich nicht brauche. Äh, ja toll, meine Hatchet. Aber wenigstens ein bisschen was. Ach. Äh. Nein, mein Lidchen zieht. Man, no. Ja, genau das. Was hast du jetzt genommen? Alter. Äh. Wenn Shadow jetzt, äh, anfängt, äh, zu töten. 800 Leben plus keiner bekommt. Ja. Muss nur irgendwie was töten. Und da ist, das ist genau das Problem. Hier ist schwierig. Ah. Meine Leben reisen, äh, reisen gerade in, äh, Hemisphären, die ich vorher nicht kannte. Jetzt kann ich wenigstens 500 plus nehmen. Jetzt hat es irgendwie Fische auftreiben. Ja, ist hier... Ich, das Einzige, was ich höre, ist klingeln. Vielleicht klingelt es ja auch bei dir jetzt gerade zu Hause. Jesus fucking Christ. Danke. Oh, I'm li- I- I live. Oh, Jesus Christ. I live, dickhead. Alter, falls Andy in der Nähe kommt, kann man gar nichts killen. Ich lebe, du Nippel. Ja, entweder ich komme in die Weg oder ich stehe. Äh, okay, ich will nicht. Äh, aber, Walda. Andy wird uns alle retten. Oh. Cheryl, how do you even? Wait. How do you even? Ich hab halt noch Bits. Ich hab halt noch Bits. Ich hab halt noch Bits. Aber warum kriege ich jetzt keine... Moment, wäre ich HP geheilt? Nein, du kriegst HP für jeden Kill. Ein HP pro Gegner, den du killst. Kriegst du extra. Ach so. Dass maximale HP drauf. Das sind so rote Kugeln, die auf dich zufliegen. Aha. Nee, fliegt da so vieles. Ja, eben. That's the problem. Und ja, ich hab zu viele Bits. Deswegen, ja. Dachte ich gerade random. Oh boy. Äh, kann ich den Teleport aktivieren? Ja, ich bin außer Reichweite. Und genau zu sagen, ich geh sogar noch ein bisschen mehr außer Reichweite. Werf deine Schuriken. Falls du noch ein paar Frames übrig hast. Ja, nee, meine Frames. Alter, wie ich gerade einfach nur sehe, wie Shadows Geld einfach flöten geht. Aber ich glaube, das war wirklich eine gute Idee, ihm das Item zu übergeben. Ich hab's ja gefunden. Dadurch. Ja, du weißt, was ich meine. Es war halt gut, das Item, dass du das Item hast. Aber Black Hole bringt aktuell auf mir nix. Oh, oh, oh. Er wird einfach wenig Stahl machen. Shadow, willst du die Gitarren? Also, der ist Boss-Item, die sind Gitarren. Ja, warte. Wo sind die gerade? Beim Teleporter? Ja. Ja, beim Teleporter. Also, komm noch nicht hierhin, bis der auf 100 Prozent... NIEAU! Soll ich hin? NIEAU! 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 Don't tell me what to do! Okay. Warst du nicht sogar der Einzige, der das noch nicht hatte? Ja. Du warst der Einzige, der das Boss-Item von den Beetle Queens noch nicht hatte. Okay. Und jetzt hast du das auch. Jetzt hast du auch ne Beetle Guard. Das heißt, wir haben vier Beetle Guards. Oh, fuck ja! Ich hatte auch Dio! Jesus Christ, ich hatte auch Dio! Die Dio kommen alle 30 Sekunden wieder. Das ist egal, ob sie überleben oder ein Sheena-Platz verreißt. Alter! Weißt du, auf einmal explodiert deine linke Leiste ein. Macho, deal 5000 damage in one shot, yes! Okay, halt Damage. Ich merk' gerade, Sheena fängt an, meinen Platz einzunehmen. Ich bin nicht mehr das deadest à la Wades, aber meine Frames sterben. Ja. Weißt du, Andy bekommt nicht mal Schaden, aber... NIEAU! NIEAU! Weißt du, was das ist? Ja? Ich bekomme Schaden manchmal. Oh mein Gott! Ich wohne absolut zerfetzt! Headshot! Alter, ich wohne richtig zerpflückt! Alter, Andy, 2460 Schaden, really? Oh oh! Du hast 2,5k gefühlt! Das sagtest du mal nicht, so ein Blazing-Gegner macht 200 pro Dot. Mit dem ersten Schaden, der 1000 oder so hat. Auf dem Level hier. Also... Du schießt gerade bei mir durch die Wand, nur dass du's weißt. Ja, bei mir auch. Teleporter ist bereit bei der Weg. Oh fuck! Ja, dann soll ich's... Hey, guck mal, du bist der Einzige, der noch hier ist, äh... Äh, ich hab... Äh... Ich hab noch irgendwas gesehen... Ich hatte doch irgendwas gesehen, was ich auch machen kann. Oh ja! Oh ja! Äh... Äh... Da hab ich... So... Was gibt's doch? Ich hab doch irgendwas gesehen. Bestimmt. Nein. Leider nicht. Schade. Oh warte! Die Glutakai! Nehme ich wenigstens mit. Oh fuck! Ja, aber jetzt ist da eigentlich nix mehr so mit. Kannst du loslegen? Ja, kannst ja echt. Kann... Kann ich? Ja, kannst du! Deja vu! What's been in this place before? Es ist schade, dass ich nicht springen kann, wenn ich mein Deja vu mache. Ich hab grad... Hast du doch noch was gesehen? Ich hab grad'n Lodokai noch mal gesehen. Äh... Shadowlauf! Shadowlauf! Oh Gott! Ich dachte, ihr braucht noch ein bisschen! Gott des Willen! Uff! Oh Gott! Ich glaub, der kann dir auch nicht mehr helfen. Gott ist in diesem Spiel gestorben. Eieieiei! Lass mich in Ruhe füllen, Viecher! Hallo! Ja, hier ist ein Wormung! Ein Overloading Worm! Ist das was? Ja, den ich grade bekämpfe. Oh oh! Shadow! Falls du irgendwie kannst, nimm den Teddy! Den Volt! Und ich hab auf einmal... Ist da so'n fucking Imp! Äh... Ich lauf! Fuck it! Äh... Wo seid ihr? Da! Oh cool! Teleporter! Raumbehner! Nehmen wir das doch weg! Oh, Vorsicht wer durchhält, wir bekommen... Oh, Jain! Aufräumer! Ähm... Handy! Oh ja! Nehm ich gerne! Du hast den, äh... Overloading Worm übernommen! Oh! Oh! Ja! Ja! Der jetzt tot ist! Äh... Passiert! Ähm... Steck ich fest? Steck fest! Äh... Elko, hier ist noch... Please don't aim me! Oh man! Jesus! Oh... Wups! Der hat mich mal no damage! Ja! Wobei mit der Geldknarre... Oder Andy guckst du an, das geht auch! Äh... Wo ist denn Elko? Hier! Der wird auf dem Weg! Du siehst... Goddammit! Was haben wir da jetzt? Hier nochmal so ein Ding Tor! Äh... Was war die Krone nochmal? Mach dich zum König! Oh! Ähm... Du... Du kriegst Geld, wenn du Schaden machst, aber du verlierst Geld, wenn du Schaden nimmst! Oh! Wobei Teo... Yes! Rätisch wär's vielleicht gut für mich gewesen! Es ist gut auf jedem! Ich glaube sogar am besten auf Shadow! Ich... 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 Hier wär Teddy! Dann muss er... Äh... Besser nicht komm! Besser nicht komm! Moment mal! Ich habe 5 von! Ich habe 4 Items! Äh... Das äh... Zählt das Active auch für den Meteoriten? Ich weiß es nicht... Wahrscheinlich schon... Huch! Nein! Aber ich... Ich warne dich, dass du den Meteoriten benutzt, sobald du ihn findest! Oder gib ihn mir! Ich mach einfach konstant Meteoriten! Okay! Das wollt ihr doch! Ich wollte nur das Item erstmal freischalten, dass ich das endlich mal nutzen kann! Mhm! Das ist alles! Egentlich! Verständlich! Yes! Nukulele! Weil ich habe jetzt endlich dieses... Äh... Kack! Äh... Archiv mit freigeschalten! Oh Gott! Zwei Overloading Würmer! Ja! Übernehmen sie! Ja! Bin dabei! Und noch mal noch... Das ist auch noch ein Magmawurm! Das guck ich mir schön von hier an! Schau mal! Guck mal nach links! Need help? Oh mei! Ich? Nö! Oh mei! Oh mei! Oh mei! Äh! Aus dir, aus dir, aus dir, aus dir, aus! Okay, gib mir das halt! Äh... Hallo, Wobbis! Ah! Einer ist tot! Was ist denn das denn da? Oh! Schlüssel! Ah! Oh mein Gott! Ich liebe es, wenn das Spiel fünf Frames in der Sekunde hat! Sorry, aber ich brauch die! Ah! Sonst macht mich der Wurm kaputt! So, Würmer sind übrigens tot und beide gehören uns! Weißt du, Andy raubt uns alles! Unsere Würde, unser Leben, unsere Frames, unsere Kühe! Was? Ich hab Kühe! Kann ich den Teleporter aktivieren? Weil ich... Das war nicht der Teleporter! Nein! This is scaring me! Jack, you're scaring me! Ah! Puh! Blazing Wims! Ich hasse euch! Alter! Wirklich! Hätte er das wohl schon Abstand halten! Alter, ich... ich werde derjenige sein, der überlebt! Ich bin Harry Potter! Bist auf der Chest! Bist auf der Chest! Hahahaha! 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 Weißt du, das Einzige, was ich nur noch tue, ist, äh... Laufen! Irgendwo mich hinzubegeben, wo, äh... Wo ich... Wo nix bei mir spawnen kann, in der Regel! Also, ich, äh... Bin in der Regel gerade mit Laufen beschäftigt! Dann und wann schmeiß ich mal nen Boomerang, mache so absolut gar nichts für Society! Wie viele Leben... Wie viele sind denn das? Ich hab keine Ahnung! Jesus! Keine Ahnung! Ich hab schon... Ich hab schon sieben gekillt! Gefühlt! Ich glaub, manche waren sogar random! Die gespawnt sind... Äh... Einige sind auch random! Äh... Ich mein, ich hab ja bei mir einen gehabt, der... Ah, jetzt schmilzen sie! Wöhn! Okay jetzt schmilzen sie! Woh! Das ist, äh... Husten, ich hab'n Problem! Woh! 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 Ich bleib jetzt hinter diesem Felsen! Huston, ich bin noch am Leben, nicht. Ich wurde immer im Teleport getötet. Alter, wie viele sind das? Zu viele. Wow. Say goodbye to your precious frames of yours. Moment, wovon redest du gerade? Von den Imps oder von den Strike Drone? Apropos Strike Drone, danke, dass du mich daran erinnerst. Und wenn Andy hat, wie viele von den Dings? Oh, Infusion. Das heißt, er kann sieben holen. Und Shadow kriegt auch noch, obwohl Shadow hat sich gerade acht Stück geholt. Ich bin tot. Er ist tot. Er ist tot. Ich habe vier. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich in meinem Teleport getötet. Ja, Jailbot ist kacke, weil deine Hitbox konnte noch, bevor du wieder auftauchst, da ist, wo du abklaufen bist. Not the best. Also, ich habe den besten Überblick über das Kampf geschehen. Puh, Jesus. Was? Da lebt noch einer? Wo? Äh, irgendwo. Da. Oh, das ist so... Weißt du, das ist der erste Run heute. Und der geht jetzt über zwei Stunden. Ja. Das machen wir jetzt aber auch gerade schon... Moment. Wir sind jetzt gleich bei 16. Das... Wir sind gleich bei 16. Ja, das heißt, das ist unser voll... Äh, voll letzter Run sozusagen. Ey, ganz ehrlich, ich habe... Ich habe jetzt so... So 20, habe ich so gesagt, so... So möglich. Aber ganz ehrlich, wie... Das Spiel skaliert so extrem. Wie extrem soll das denn noch werden? Jesus, fuck. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst nicht overpowered. Äh... Ja, du sagst, das ist sowieso vergessen. Kann ich gehen, oder? Ja. Just do it. Ich bin bereit zu laufen. Moment, wenn ich so einen Beetle... Äh, nee, wie heißt das Ding nochmal? Play dudes trying. Und ja, der saugt sich aus. Ne, wie, äh... Scheiß ist das denn? Ja, ja... Du bist... Oh yes, Crowbar. Ich bin einfach weg. Ich bin besorfen. Ich bin mal Crowbars. Scheiß drauf. Ich bin irgendwie weggekommen. Ja, ich auch. Was ist das? Oh nein. Da ist noch mal overloading. Äh, overloading. Vielleicht hier wird ihn... Wobei, nein. Andy, wir brauchen deine heiligen Augen. Oh wow. Oh mein Gott. Du bist... Du weißt, dass... Du weißt, dass der... Ansatzweise nah. Du siehst, dass der Typ nur noch Hälfte Leben hat, ja? Ich bin am Arbeiten. I'm working. Meine göttlichen Augen gucken. Meine göttlichen Augen gucken zu. Ich find's geil. Ich... Ich halte mich aus der Sache raus. Ich bin... Ultra-Pazifist und trotzdem will man mich tot sehen. Heißt du Frisk oder was? Wirklich. Ich darf hier aber auch nichts haben, ne? Oh mein Gott. Ja, danke. Ah, geil. Warbanner. Yes, this is what I need. Mein Gott, gib mir doch mal viel Zelt. Can you please stop this fuckery? Weißt du was? Oh, nein, 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 nein. Luna Coin, Luna Coin. Oh mein Gott, I did finally something. Energy drinks, sprint faster, ja Mensch. Wie viele hast du eigentlich von den Luna Coins bisher? Ich hab den Teleporter gefunden. Ich hab jetzt den Ghost Mask. Er hat sechs dabei. Jetzt müsste ich noch mal was töten. Ähm... Ich pinke meinen Gegner, den du töten darfst. Okay, ja. Vorsicht vor dem Stone Titan, der ist tödlich. Er ist blöden, okay. Ich sehe nichts. Cool, but I gained nothing. Äh, da lang will ich nicht. So, er ist tot. Danke. Da ist noch einer. But I gained nothing. Alter, das Ding kostet 117.000. Oh, nein. Gib her. Äh. Was ist da drin? Äh. Health applied over time. Aber dafür verbessert. Nee, das ist vergessen. Er ist gerade bei mir gewesen. Miau. Er ist Melko tot. Äh, ja. Shadow, warst du das gerade eben bei mir? Häu? Warst du gerade mit mir in dieser Höhle? Nee. Ich bin hier draußen unterwegs. Ich lauf irgendwo rum, wo ich leben kann. Äh. Live long and prosper. Er kann nicht hier kurz weg sein. Meins. Woa. 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 Äh. Hier ist immer noch ein Overloading warm. Okay. Ich bin dabei. Ich weiß nicht, ob du seine Liebensleiste siehst, aber... Äh. Seh ich gerade nicht. Aber die Fahrt ist ein Team. Ja, jetzt ist er tot. Ich habe noch ein paar Whisk in meinem Rücken. Die Tür ist zu. Schade. Das wäre halt so ein mehr oder weniger Safe-Spot gewesen, dass... Äh, spawnen nur zwei Gegnertypen. Hier oben bleibe ich. Hier oben ist schön ruhig. Drei, zwei, eins. Ja, you need it to call this, ne? Entschuldigung. Ich gucke ja schon nach oben. Ah, scheiße, das ist eine Säule vor. Was haben wir da für einen Shop? Da sind grüne Items drin. Grün heißt eventuell Fusell. Ja, Fusell. So, gegen einzelne Gegner kann ich ja noch tatsächlich eventuell was machen. Das ist gut. Ich bin also nicht 100% useless. Ich bin nur meistens useless. Du bist gar nicht useless. Ich bin ultra useless. Nein. So, soll ich den Teleporter aktivieren? Ja. Ja, ich... Ne? Ich habe ein paar Sentries da aktiviert. Oh, ne, aber hier ist eine goldene Sentry. Eine goldene Sentry? Eine goldene Sentry? Eine goldene Kiste. Wo ist der Overload? Ja, die können wir dann später noch holen. Ja, wo ist der? Da. Ich sehe es, komm. Ich habe sie gefunden und kriege es am Ende nicht. Warte, ich sehe nichts, dass er zu dunkel ist. Tch, 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 tch. 12 irgendwie habe ich überlebt aber das spiel läuft auf fucking ne alter das spiel 5 frames kann man das irgendwo sehen nein ich habe bei dem steve volet aktiviert dass ich das sehen darf ich weiß nicht ob du da sein willst ich habe keine ahnung ich will hier gerade nirgendwo sein bei mir ist es bei mir ist ein punkt wo die gegner die außen gespawnt sind nicht reinkommen ich will auch nicht die ich habe eine legendary kiste gefunden und die will ich nachher haben so einer von den overloading kümmern ist ähnlich lang genug gedauert der lag wird langsam auf hier sind einfach mal eine komplette band der extreme dinosaurs das witzige ist gegen die habe ich sogar halbwegs eine chance da sind noch zwei ich dachte ich das wäre nur zwei oh mein gott ich muss das machen sonst sterben wir jetzt ist alles schwarz ich brauche den damage los ghost dinosaur ich bin tot ich hasse dieses spiel hey es geht sich zu wieder nicht oh mensch das ist doch so ein kotzen naja das spiel ist nur wollten momentan echt noch viel zu machen ja das ist halt early access beim abdecken ja balancing ist echt ein problem wo sie daran arbeiten müssen alter geht es viel zu viel in der mitte wenn irgendwas sterben damit einfach auf was gut geht damit sachen schaden nehmen danke vor allem ist auch so scheiße programmiert weißt du wenn du denn sechs vorgeil na auf einmal fünf frames wunderbar funktioniert super da kannst du drauf reagieren leider meine schuld leider gerade meine schuld ich sehe nichts ja ich bin tot hey nee das machst du jetzt nicht ja dio alter ich hab's vergessen ich hab dich ich wollte gerade sagen alter alter wie viele dinos ja wird der teleporter gechargt ja bitte oh kacke meine güte nee weißt du ihr könntet hier ständig irgendwelche screenshots machen oh boy und ihr könntet euch denn ihr könntet den titel drunter setzen guten tag ihr fragt euch bestimmt wie ich hierher gekommen bin wirklich so weißt du in jedem moment könntest du diesen screenshot machen das würde immer passen äh jetzt brauchst du aber einen neuen tio Andy ja oh mein gott es ist so bunt alter wie wir es sind es ist fünf frames des bund dieses fucking kreis ich will ja nicht gierig sein aber wo ist die legendäre truhe irgendwo und ganz und jetzt weiß ich es auch nicht mehr also ganz unten auf dem boden irgendwo boden das nimmst du also das war eine legendäre ja oh mein gott das hätte ich so gut gebrauchen können schaden macht wo du weil ich lang laufe weil ich existiere noch einmal zur hölle und dann dann können wir stream heute nicht mehr weiter so viel seite jetzt schon also das erwartet auch hier glaube ich keiner mehr also der run hat meine laune gekillt hier also ich versuche gerade hier irgendwie noch ein bisschen also irgendwie noch das beste aus der situation zu machen aber jesus i am internally an ps ich tausche jetzt auch alles gegen spritzen ein das ist mir egal und dann gibt sie mir dann habe ich wenigstens noch mehr text gibt sie mir wirklich macht da gibt sie alle einfach alle mir ist ein lüner coin shadow rapid fire reach 200 percent attack speed warum spawnen jetzt schon wieder gegner in meinem rücken wollte da anwesend bist ich will doch nur meine items eintauschen bitte wo es mir nun aber unten auf dem boden in der mitte ich komme da hin und damit da nichts einfach auflauert also ich hab sie gepinkt also mein der pürze syringes oder ich bin auf dem weg platzt bevor ich den schaden machen konnte oder habe ich erst einfach nur überlebt ich habe ein mehr leben ich habe ein mehr leben ich habe jetzt nimm mir ja weißt du meine fähigkeit schnell sein jetzt hinter mir das auch noch weg ich glaube du willst du nicht sein schildes bonn zeug leck mich doch am arsch macht doch dein scheiß alleine wo ist der port wo ist der teleporter eigentlich der luther port ist schon offen du bist doch so schnell find du es doch raus und ich weiß wo der teleport ist der ist an dieser ekligen stelle wo man nicht erwartet wo ist der ekligen stelle bei der insel ja 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 ich habe mir nur gerade tausend äh 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 greater wisp gespawnt das ist eben greater soll ich den aktivieren wo seid ihr noch außer überhaupt hier bei uns also ich kann oder wo soll ich ich würde sagen ja das tut oh mein gott ich habe die idee chance on hit for bomb das ist eigentlich sogar verdammt gut bei mir ja ich lebe frag mich nicht wie ich überlebe mit den frames ich meine ich bin mittlerweile vielleicht fünf prozent weniger oh mein gott und ich sehe nur diese war kurz doch auf platz wie hat sie meinen kumpel genannt vaginas so das war von uns und berg rente zeug gemacht so ein bisschen mal ich mittlerweile auch noch was weil ich diese ganzen sticky bombs und attack speed habe hier liegt noch ein leeching zieht was du nehmen kannst warte wo beim teleporter also an teleporter also ich würde ich würde es erst holen wenn ich alles tot hier ist alles tot 3 alter tor du hast mich gerade angespuckt ich werde ich werde langsam stärker ich noch mal wird langsam stärker ja so langsam komme ich hinterher ich habe mich nur umgedreht ich habe mich nur umgedreht ich glaube du hast wegen den ganzen beatlequeens das gesagt oder das waren keine beatlequeens das waren wegen vaginas also ich bin hier oben und was mit euch hi na was macht ihr loser da unten fucking plebs ich habe gerade alles gekillt das brauchst du jetzt auch ne shadow ja you know you know what wanna go even higher fuck that wiii chill warte oh man es wurde schon aktiviert wir haben irgendwie wow so wo sind die clay lootstrider die instant spawnen also ich lauf sorry tschüss ich auch ja also meine taktik ist mittlerweile ich lauf instant du überlebst dadurch ah ja das ziemlich gut alter wie wie die geldbeutel jetzt aus den gegnern raus platzen mittlerweile und das oh ja so ich freue mich mal ein paar kills ich habe immer noch ein paar infusions die mal nötig sind ah daytona äh ja nämlich einfach mal wieso ist bei dir da grad zu viel party ich guck mal an ne ich würde gerne mal wissen ob ich jetzt tatsächlich mittlerweile damage mache und dann bin das nur ich hä äh den gegner da meinst du diesen titan da ja ne ja den greifst nur du gerade an ok ich mach also gleich mal so schlecht damage jetzt mittlerweile ne bin aber halt immer noch ne glaskanone ja was soll ich nicht sagen wir haben das glaskanone item ja ja ich hab dir mal den nude alter äh gepinkt ne ok du wolltest da ja mal unbedingt hin äh moment naja vielleicht vielleicht wenn ich irgendwie mal ein paar gewisse items kriegen könnte nein aber ich hab auch mittlerweile nicht mehr passiert was wir aktivieren challenge of the mountain so wenn du das achievement nicht haben willst dann kannst du das gerne tun Alter wir sind jetzt so kurz davor ne mhm 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 das facken wir jetzt nicht mehr ab let's fack this up no please don't ich hab den teleporter gefunden by the way nice war hinter... haben wir hintersteigen und shadow und shadow hat endlich eine happiest mask gefunden Das ist meine zweite Alter diese... selbst die befreundeten äh... Coldhorns Dinger äh... Jep das hat auch Andy auf die harte Weise gelernt äh Das ist kacke Zum Glück hat er sich ja nicht gekillt aber trotzdem Oh, ist ein wenig faster So... Ah! Schönen Abstand halten Was ist das für ein Elektro-Ding? Jesus... Das ist ein Hellfraining-Tool Was macht der denn hier? Oh, boy. Oh, I gained something. Was, du hast mal was gegaint? Ja, I gained something. Meine Güte. Ich würde sagen, wir aktivieren einfach sofort den Teleporter. Ja, ich würde sagen, wir machen hier gar nicht erst groß Tram Tram, sondern... Tram Tram. Im Übrigen ist es schon lange, auf der schwierigsten... Oh Gott. Oh mein Gott, ich... Gut, dass wir deine Steinwand haben. Weg hier. Hier sind zu viele. Jesus, ich sterbe. Ich sterbe, wenn das so weitergeht. Holy shit. No, you don't. Wie viele von diesen? Zu viele. Alter, hier sind zu viele Stone Titans. Weg hier. I survived, somehow. Okay. Oh. Andy, lebst du noch? Intense gameplay. Ich war gerade... Ich war gerade low. Also... Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Abseits, ich habe gerade mein Vater mit... Ich bin tot. Oh mein Gott. Ja, bei Blazing Titans, kein Wunder. Ja, aber ich habe was angerichtet, also... Will das jetzt irgendein Trost? Oh nein, das ist ja Blazing! Nein, du wirst mir nicht angucken. Okay, ich renne einfach nur noch an hochgelegene Orte, wo mich ein Gegner so... Oh mein Gott! 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 Zehn Leben hattest du! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Was ist das für Jekmi, der so viel aushält? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, ich hatte nur zehn Leben über! Oh mein Gott! Was ist überhaupt das Item? Oh, Nomad Infusion! Äh... Ja... Noch mehr Infusion! Noch mehr Infusion! Darf ich auch noch zwei Infusions haben? Ja! Nimm den Rest! Ah! Ich finde es schön, dass meine Maximal- meine Maximal-HP dadurch jetzt schon noch ordentlich steigen. Äh... Weil einfach alles platzt. Ich will... Wenn ich mal welche steigen könnte... Ich habe nämlich sieben Stück und ich glaube... Wir haben 3.010 Leben und ihr? Ich hatte tausend... Ich habe tausend irgendwas. 1.483. Ich habe... Ich habe 820. Nicht vergessen... Das ist ein Blazing. Das ist ein Blazing. Nicht vergessen nicht das... Nicht das normale Portal, sondern das blaue Portal. Hau doch deine Leute, Andy! Ja... Da war Blazing-Zeiten! Du, ihr könnt raus! Ja... Können wir? Ach nee, doch nicht! Achso... Nee... Ist noch bei 8... Der war einfach ein Blazing-Titan! Oh mein Gott! Ja, weil das meine Objectives weg war! Deswegen habe ich gedacht, der ist fertig! Hey, du bist tot! Deswegen ist das nicht mehr! Achso, weil ich tot bin! Das ist ja mal wieder totzistisch! Äh... Tot was? Totzistisch ist das! Das hast du dir doch gerade ausgedacht! Nein! Nein! Das gibt es! Google es! 10%! Das gibt es wirklich! Glaub mir! Okay! Gut! Ich glaub dir! Oh wow! Jesus! Es hat auf einmal... Auf einmal stand die Welt still! Äh... Auf einmal ist das der Wardo! So, Blue! Also, ähm... So, proceed! Hast du? Gut! Ja! Flucht! Flucht! Alter! Jetzt haben wir erstmal kurze Pause! Yay! Was gibt's denn da? Gibt's, gibt's... Ich hab sieben! Schade! Wait, Leute! Bei mir ist das Portal dort! Nicht... Nicht angucken... By the way! By the way! Ähm... Derjenige, der auch hier das Ding hat! Nicht den Shopkeeper angucken! Ja! Ich guck ihn nicht an! Der welches Ding hat? Hopf geneigt! Ähm... Oh, das hier hab ich! Äh... Endlich ist noch so ein... Äh... Was darf ich nicht? Ähm... Du... Du darfst ihn angucken! Du bist... Äh... Du brauchst das nicht machen! Was ist das denn hier? Äh... Sieht doch hier mal das Item! Äh... Das war Transzendenz! Ja, hier darf ich's haben! Äh... So, ich bin außerhalb des Shops, damit ich den Shopkeeper nicht angucke! Ah! Uff! Und jetzt schnell raus! Oh, jetzt kann ich noch zwei Schaden mehr! Und du? Äh... Oh, Shopkeeper! Hä? Kann ich ihn angucken? Äh... Äh... Alter, ich hab ihm Leben abgezogen! Äh... Gegen den kann man... Gegen den kann man kämpfen? Ja! Kann man auch gewinnen, wenn du genug Schaden machst! Äh... Bevor er dich rauswirft! Ja, aber... Achso! Es bringt dir momentan noch nichts! Ähm... Das Total ist übrigens da in der Luft, also... Äh... 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 Warte! Ja... Bei mir ist es hier, also... Ja, für uns ist es wie woanders hingepackt! Ja, äh... Ne... Ihr seid ja auch Claps! Was machst du mit unserem Spiel? Äh... Ihr seid ja auch Claps und ich bin weg! Ach! Challenge auf dem Mountain! Das ist der Lava-Bohr! Ah! So long road! Äh... Nach dem... Nach dem Run können wir ins Celestial Portal gehen! Ja, und dann haben wir es geschafft! Ja! Du tust gar so, als ob ich noch einen Run hier nach mache! Jackpot! Äh... Das bedeutet, wir können jetzt in das Ding rein! Den... In das Celestial Portal! Und dann den Run beenden damit! Wir müssen nicht nochmal in ein, äh... Ja, aber reicht das denn? Bevor wir das machen? Ja! Jeder von uns hat the long road freigeschaltet! Okay! Wenn ihr euch da sicher seid! Ähm... Ja, das steht da! Also du kriegst... Du kannst... Du kannst zwei Champions machen! Einen kannst du für 10 Lunacoins im Shop kaufen! Ja, das... Da bin ich noch nicht bei! Und bei... Und bei einem musst du nach, äh... Immer in der... Nach der, äh... Winter Stage hier, ähm... Kommt ein goldenes... Nicht goldenes Portal! Ein grünes Portal! Ein Celestial Portal! Beziehungsweise es besteht eine Chance, dass dieses kommt! Wenn nicht, dann musst du einfach nur ein Blue Orb, äh... Ding, äh... Freischalten! Dann geht das definitiv auf! Boah, dann hätte ich ja tatsächlich mal was davon! Ja! Mein... Du hast das, äh... Schief mit jetzt auch freigeschaltet! Und halt die Möglichkeit... Also jetzt habe ich noch gar nichts freigeschalten gehabt eben gerade! Boah, bei mir steht im Chat, dass du die... Äh... Dass du das Dings freigeschalten hast... In der Long Road! Ja! Echt? Dann würden wir schon mal aufzeigen! Okay! Also bei mir ist es... Äh... Heißt es bei dir freigeschalten! Hm! Ich hab übrigens noch eine Sekunde cooldown! Also ich... Äh... Ich bin noch nicht zufrieden! Oh Gott! Alter! Alter! Weißt du, der Typ ist eh schon OP und der ist noch nicht zufrieden! Warte, bei Keks und Hole gerade Steam abgestürzt! Oh nein! Oh oh nein! Ähm... Wo seid ihr? Overloading Wurm! Oh mein Gott, nein! Scheiße! Töte es! Wo ist er denn? Andy! Alles was du kannst, du bist zu töten! Da! Der ist zu... Der ist irgendwo hinter... Der ist irgendwo dahinten! Ich will ihn angucken! Ah! Siehst du, seine Lebensleiste schmilzen? Ich guck ihn gerade an! Ja! Guck ihn mehr an! Wenn mir noch so ein Blazing eben noch auf die Keks geht... Moment mal kurz... Oh boy! Alter, meine Frames! Andy Desistence! Beide auch! Holy Shit! Meine Frames! Nein! Du bist was? Nein! Andy's tot! Are you kidding me? Das war zu viel zu... No! Das akzeptiere ich jetzt nicht! I'm not... Oh my God! Man kann leider... Es gibt ja noch keine... Riese... Äh... Äh... Respawn... Lass ihn wirklich nicht zu näher kommen! Das ist schon zu nah! Das ist schon zu nah! Renn einfach auf die andere Seite der Stage! Mit wem redest du? Mit Sheriff! Flucht! Also du willst da nicht sein, wo er ist! Äh... Willst du echt nicht! Oh! Geil! Die sind in mir gespawnt! Ja! Die sind in mir gespawnt! Die sind in mir gespawnt! Das ist... This is fair and balanced! Okay! Die... Tut sich sogar noch ankündigen, wo sie spawnen! Und ich bin der Spawn! Also ich... Ne... Ich sehe das nicht ein! Äh... Oh my God! Irgendwann werden wir sowieso gestorben ist! Äh... Wir haben jetzt drei Stunden an diesem dreckigen Run gesessen! Drei fucking Stunden! Äh... Ist ja nicht so, als ob wir einfach bis Stage 3 kommen können und dann ein weiteres Celestial Portal kommen können. Oder war das jetzt bei sieben Runden? Sieben! Sieben! Hm... Ich weiß nicht, ob du so durch ihn durchdashen willst, weil ab und zu kann seine Hitbox von seinen Laser-Gurken... Äh... Laser-Gurken! Daneben gehen! Hm... Diese ganzen Klein Dunes-Trail, die da unten bei dem, ähm... Bei dem Teleporter, äh... rumgammeln! Die haben mich gekillt! Der war einfach viel zu viel auf einer! Und wahrscheinlich auch dieser Blazing-In! Äh... Mit Mod 24! Aber... Ja... Das Spiel... Das Spiel schafft ja nicht mal die vier Leute, also... Äh... Nein, 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 Brody, das geht nicht! Das ist eigentlich nichts! Ja... Das ist Early Access! Das ist... Das ist... Auf TV! Oh, oh! Immer den... Labepumpf... Oh, willst du weg! Du willst du weg! Du willst du weg! Du willst du weg! Ähm... Hä? Okay, warum ist... Äh... Hab ich's geschafft?! Äh... Äh... Jetzt willst du halt nur noch den Teleporter charten! Und du willst nicht da runter, weil da sau viele Imps sind! Ähm... I guess you just do... Oh, boi! Oh, wow! Mach einfach die ganze Zeit déjà vu! Du willst da nicht sein, bevor du nicht alles ge... Du willst da nicht sein, bevor du nicht alles ge-cleared hast! Oh, boi! Du wurdest gerade einmal across the map geswappt! Oh, boi! Ich will da oben nichts! Oh, boi! Geh! Geh wieder dahin, wo du gerade warst! Oh, boi! Das... Das ist viel von ihnen! Kill die von oben! Versuch dich jetzt in dem Teleporter-Kreis zu stehen! Du wirst sterben! 100%ig! Äh... Such den Vantage Point und Fleer! We know what das... Das... Aktivier da den... Den Fan... Und dann geh auf die andere Seite hoch! Das ganze braucht epische Battlemusik! Moment! Ich kann dir das... Dead, 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 dead! Äh... Oh, meine... Willst du wirklich stehen bleiben? Wisst ihr, wie hart ich gerade schwitze? Äh... Du musst einfach nur Blitzkugeln nach unten schießen! Fertig aus! Die haben... Die machen doch da den Dingensschaden! Du musst im Grunde genommen einfach nur nach unten stehen und jetzt einfach nur noch deine Blitzkugeln werfen! Du kannst einfach stehen bleiben! Einfach von oben hier jetzt alles killen! Äh... Was mit dem Overloading... Äh... Was mit dem Overloading? Ja... Die Whist muss nur wirklich los werden! Die Whist bin da aber nicht so tanky, wenn du den Blitz konzentrieren musst. So halt... Bevor dein Crew auch rein... Auf der 2... Rechts... 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 Einfach da immer was durchwerfen... Du bist... Du bist... Ja... Wie's denn... Einfach rein... Einfach rein... Vielleicht wird Blitzkugeln nicht... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube es... Kann da nichts... Ein Blitzkugeln vielleicht anvisieren... Der da unten ist... Der unten links... Vielleicht den wir hier mit dem Shift rein... Nene... Nene... In der ganzen Gruppe... Der ganz unten links... Nee... Er meinte mit dem Shift... Mein... Äh... Mein Dings... Naja... Sein... Sein... War... Eine Mauer... Kann 25%... Äh... Niedrigel... Wenn du sie nicht aus dieser Entfernung hasten kannst... Würd ich sie nicht... Kann ich... Kann er ja... Kann er ja... Weil das funktioniert und alles sehr gut... Und bevor du da gleich runter gehst... Dann will ich, dass du noch mal komplett auf die andere Seite erst von oben guckst... Ob da nicht wirklich noch was sieht... Okay... Du spielst... Du spielst... Du musst das jetzt gerade Ultra-Safe spielen... Weil er schießt von groben Sachen... Also... Eventuell jetzt mal auf die andere Seite der Krippe... Ja... Bist du... Da unten ist nämlich noch so ein Pack-Whisp... Und den willst du wirklich tot sehen... Ja... Ich glaube ich glaube es... Das ist ein Blazing... Wenn dich... An die dich einmal angucken... Dann schmilzt du einfach... Ich geh jetzt... Von nach oben... Praktisch auf der Kante... Entlang... Auf die andere Seite... So dass du dich vielleicht von der anderen Seite entweichen kannst... Okay... Ohooi... Joa... Da hat er doch einiges... Äh... Okay... Die ist nach oben... Äh... Tyrone... Die Musik ist aus äh... Guilty Gear... Äh... Aus Guilty Gear Exard... Äh... Und der Song heißt äh... Sky Should Be High... Ist ein geiler Song... Oh jetzt werden die... Generell der gesamte Soundtrack davon... Jetzt werden die IMs aufgecleared... Yes... Wir sind aber einige noch extrem viele genau unter dir... Hm... Äh... Okay... Mit den Blitzbällen kommst du noch hin... Irgendwie... Oder... Das Bison würde ich auch loswerden... Ist auch Blazing... Ja... Blazing Bison... Stell dich da ein bisschen weiter unter auf die Kante... Dann kannst du da besser reinkommen... Meinst du jetzt hier Risk of Rain oder... Risk of Rain ist halt ein... Äh... Roguelike Shoot... Äh... Zeug... Shoot Zeug... Shoot Zeug... Äh... Shoot Shoot... Motherfucker... Das mach ich grad mit den Gegnern... Jetzt hab ich irgendwie Angst... Ob die nicht dort irgendwie erreichen könnten... Wie Rogue Legend? Keine Ahnung was Rogue Legend ist... Sorry... Klingt wie ein Shampoo... Ist das dieses mit dem Castle... Wo du da immer wieder neue Ancestors... Ne... Das ist Rogue Legacy... Oh Rogue Legacy... Oh... Oh... Die sind ja hochgekommen... Boah... Nicht wirklich hoch... Okay... Für einen kurzen Moment hab ich gedacht... Sie werden auf deinem Band... Irgendwie gucken... Irgendwie... Die Kladon... Die Kladon-Fiecher... Tut sich grad heilen... Ne... Naja... Weil die sich ja so gegenseitig ansaugen... Mh... Wunderschön... Das ist einer... Immer wieder so... Der Imp... Der Imp auch nur so... I heard you talk mad shit... Ich dachte, dass die Imps... Regenieren ihre Leben leider... Und... Ich dachte, sie haben das... Ich dachte, sie haben wirklich... Jedem Gegner die... Regenerationsfähigkeit weggenommen... Ah... Weil... Der Overloading Whisper... Äh... Overloading Worm... Hatte das nämlich auch... Das konnte sich auch... Regenerieren... Ne... Das sieht nicht nach Regeneration aus... Weil es ist wieder unter dir gespawnt... Und das geht auch die andere Seite... Kann ich mich einfach... Äh... In die Container... Äh... Verkriechen... Nö... Weil die... Die spawnen da drin... Ja... Du hast keine möglichen... Du hast nicht mehr vier Richtungen... In die du abhauen kannst... Sondern... Äh... Zwei... Eine... Und eine... Ja... So... Zwei sind noch da... Mh... Ein... Ich kann mich auch nicht aufhören... Weiter... Weiter bis es geschafft ist... Ich will diesen Mann... Äh... Gewonnen sehen... Mh... Durch die Zellestine Portal... Sie sind halt wirklich scheiße... Sie sind halt wirklich scheiße... Als ich gestorben bin... Aber durch diese ganzen Blazing Clay... Äh... Fücher... Äh... Ich bin echt... So... Ich muss wirklich nur noch einer... Ihres Kranzes versuchen... Aber ich würde mich nicht gegen zwei gleichzeitig kämpfen... So... Äh... Der wird da... Unter dir... Hast du... Entweder hast du ihn weggeportet... Oder genauso wie den Overlord... Den Wurm... Einfach durch die Mappy blitzen... Und damit zerstört... Das wäre... Nein... Da ist er wieder... Der regeneriert sich doch... Und wieder auf die andere Seite... Pfff... Man könnte eigentlich schon fast... Bei die Hilfemusik ein... Einfügen... Oh... So ist jetzt wirklich nur noch... Gewiss hier... Play it safe... Don't deborgen... Ja... Gut... Einer weniger... Ah... Ich sehe zwei... Ich sehe noch zwei... Dann kann es ja sein... Dass du immer mal inzwischen... Die beiden abgeballert hast... Möglich... Aber ich weiß... Dass es kein Blazing mehr gibt... Es kann kein Blazing mehr geben... Äh... Außer... Den Blazing da... Who is throwing mad shit at you... Erstspender... Ja, ey... Einschaltungsverreifung... 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 Alter... Hashimono... Vielen Dank für die 40-Euro-Spende... WTF... Ich mach... Dabei mach ich doch gar nichts... Hast du dich vielleicht am Konto geirrt? War das vielleicht... Jetzt kommt sie... Sie hat sich am Konto geirrt... Statt Cheryl... Statt Cheryl Shadow... Statt Cheryl Shadow... Ne... Okay... Aber das kann dauern... Shadow... Aber was willst du machen... Ja... Ja... Das ist jetzt... Wenn das das letzte ist... Was ich tue... Panda... Äh... Ähm... Und... Joga Telefass... Komm... 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 Komm der denn her... Was hat sie geschrieben... Ne... Dass sie jetzt halt... Äh... Auch spenden kann... Ah... Ich wollte es... Äh... Hat es eigentlich hinbekommen... So wie bei Falco... Ah... Vielen Dank... Awww... Wie süß... Tschüss... Ja... Guck mal... Ich mach das Gameplay hier gerade eigentlich nur mit Musik richtig spannend... Die ist... Die ist... Den Rest erledigt... Oder was? Äh... Von mir läuft auch gerade so die... Superhype Anime... Äh... Entbettet... Don't lose your way! Äh... So praktisch... Wenn in einem Fighting Anime... Äh... Das Opening als Kampfmusik benutzt wird... So ungefähr jetzt gerade... Äh... Du meinst so wie bei Fistbump beispielsweise? Äh... Wenn die finale Folge ist... Und das Opening als Kampfmusik benutzen wird... Und auf einmal hat er nur noch 10 Leben... Und dann so... I fight for my friends! Animator plays! Ooooooh! Ja... Pure Cheezing... Ooooooh... Schlechts vieles... Aaaaah... Ooooooh... Jetzt stirb! Stirb! Ooooooh... 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 Oooooh... Ooooooh... 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 Hat er sich wegtelepotiert als er gestrickt? Jaaaaaa... Jaaa... Blazing. Yes. Tod. Beides sind tot. Ist wirklich nicht mehr im Leben. Ich hab, glaube ich, was gehört. Bleib ja in Bewegung. Oh ja, da ist was. Oh, lauf. Aber es ist kein Blazing, also den kriegst du einfach hin, wenn er einfach schießt, er wegläuft. Am besten irgendwie keinen oder so. Wo ist der? Ich glaube, unter dir. Da hast du eine Öle. Unter dir. Unter dir in der Öle. Ja. Das klingt sich auch eine Öle. Cheryl, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt safe. Weißt du? Ja. Es ist doch mindestens einer. Weißt du was? Einer, nein. Ja, wenn es nur noch einer ist, dann unterschätzt er es nicht. In Bewegung bleiben einfach. Bietig Gott. Achter. Oh yes. Vielleicht wie auch der Weg. Nicht einfach nur bewegen bleiben. Achte auf die Teleportation unter dir. Ja. Oder wo er ist. Äh, weg da. So, und jetzt weg, 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 weg. Und wieder unter dir. Oh, oh. Geh nicht so nah. Du willst nicht so nah, du willst nicht so nah. Du bist dich da. Deine Blitzkugel und deine Feuerbälle, aber nicht deinen Flammenwerfer. Äh. Er hat sich wieder voll geil. Nice. Don't care. Dann, der muss nur einmal gegen ihn spawnen und dann macht er seinen Unkübel und dann ist es vorbei. Eben. Dann macht er jetzt einen Stampfangriff und dann ist es Ende. Aha, 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 aha. Du bist die Cusco. Denk da, du willst ins Celestial Portal. Ja, in Celestial. Oh, guck mal, ein Portal. Ah, it's over. It's finally over. Muss ich nur Shadow killen, um das jetzt freizuschalten, oder wie? Äh, 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 help me. Ähm, what is this? Das ist der Ort. Shadow, du musst jetzt ein Jumping Puzzle machen. Ja. Oh, wow, ich mit meinen... I'm back. Ja. Ich mit meinen übertriebenen Powern. Oh, da. What's on the fuck? Vielleicht, vielleicht habe ich den Sprung, ja. Hui. Hui. Fuck. Oder? Das Ding hier? Bei dem Ding, ja. Obliterate yourself. Okay. Are you sure? Gut, also es killt alle, okay. Hm. The Long Road, ist es das? Ja, 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 ihr habt das alle. Okay, The Long Road. Dann... The Long Road hast du für 20 Runden und dann hast du jetzt den, äh, den, äh, den Mercenary, glaube ich, freigeschaltet für, äh, für hier, dass du dich jetzt ja kaputt gemacht hast. Glaube ich. Warte mal. Oh, mein Gott, äh, Cheryl. Wollen wir mal continue? Ähm. Ja, da ist er. Oh. Oh. Oh, je, je, je. Samurai Master. Ja, aber nein, also, ein, ein, so ein Run, der Run hat mir gereicht, also, der Run hat mir heute gereicht. Ich fände es noch für noch ein. Hä? Also, wenn ihr jetzt alle aufhört, ich mache noch ein Single Player Run. Das mach, was du willst, eh lasst es für heute sein, ich habe morgen wieder eine Schicht, aber ich habe es tun. Das ist das hier. Hä? Unter, hä? Unterschriften? Was? Ich bin gerade cocky. Achso, du willst halt Unterschriften verteilen, verstehe, verstehe. Oh, wache, Walter, das ist, Jesus. Das war doch witzig. Hat doch Spaß gemacht. Ja, es war witzig, ständig zu sterben. Und dann zu warten, bis man wieder spielen darf. Äh, ich bin am Ende gestorben. Am Ende, nach drei Stunden. Ich bin fix und fertig. Ich auch. Ich mache Weihnachten, ich mache Feiern, wo heute. Ich wünsche dir noch einen scheiß ... Schnöden Höhden. Ich wünsche dir noch einen schnöden Höhden. Ich wünsche dir noch einen schnöden Höhden. Äh, fuck you, ich stream am Freitag Yakuza Zero, ist mir scheißegal. Wir sehen's, ja, Leute. Ach, ach. Näh. 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 Näh.